Hallo zusammen zu unserem Enjoy-Your-Bike-Podcast. Heute wieder in gewohnter Besetzung mit Dan Miesen. Hallo Dan. Und Ingo natürlich. Und Ingo Kwendler, genau. Und heute eine überraschende Folge für mich um das Thema Tour de France, was als unser Hauptthema sein wird. Überraschend deshalb, weil ich nicht gedacht hätte, dass Dan das überhaupt noch interessiert. Ich habe im Urlaub schon Tour de France geguckt und das ist ja wirklich eine der ersten Tour de France seit 20 oder 30 Jahren, die wirklich komplett offen ist, Stand heute, wo man nicht weiß, wer der Torsieger wird. Und wirklich überraschende Etappen, selbst die Flachetappen haben Spaß gemacht. Und dann bin ich hier aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mir gedacht, naja, im Podcast mal kurz zu übersprechen, das ist eine ganz gute Idee. Und Dan kommt um die Ecke und sagt, ja, ich habe eine gute Idee für nächstes Thema. Und das war Tour de France. Genau. Da war ich dann selber ein bisschen überrascht. Und Dan hat viele, viele tolle Geschichten aus eigener Erfahrung. Der war selber bei der Tour mit unterwegs als Zuschauer. Fotograf. Als Fotograf und Zuschauer und so weiter. Dazu später mehr. Und wir werden dann, ja, werde ich auch mal ein bisschen berichten, wie das im Urlaub war, überhaupt die Tour de France da gucken zu können in deutscher Sprache und so weiter. Das war nämlich gar nicht so einfach mit Eurosport und Co. Und ja, gehen wir später darauf ein. Bevor es zum Hauptthema kommt, wie immer, ein bisschen Feedback und Rückfragen, beziehungsweise die wir, was wir so von euch bekommen haben, dann Kommentaren. Aber jetzt erst mal zum Urlaubsthema. Das ist ja ganz wichtig. Wie war dein Urlaub? Mein Urlaub war sensationell gut. Ich war in Dänemark, ganz oben an der Nordseeküste zwischen Hirshals und Skagen. Ich mache da gerne Zelturlaub. Also ganz oben fast. Ganz oben, ja. Also von Hannover dann 700 Kilometer. Weiter kann man nicht weg sein. Und dann da ganz oben trifft sich die Nordsee und die Ostsee. Da mache ich gerne Urlaub. Da zelt. Ich hatte neulich in einem Podcast mal drüber geredet, wo ich das erste Mal die Gravelbikes entdeckt habe. Erinnerst du dich vor einem Podcast? Ja. Das habe ich tatsächlich da in der Gegend entdeckt. Und da waren wir jetzt wieder. Immer der gleiche Campingplatz? Fast immer der gleiche Campingplatz, weil ich bin dann ein Gewohnheitstier. Die Kinder kennen sich super aus und die können dann praktisch sich da komplett frei bewegen. Und ich kann halt auch machen, was ich will. Ja, ich erinnere mich noch an dein Video vom letzten Jahr. Da hast du den Anhänger mit den Fatbikes mit. Und ja, und dieses Jahr, wir hatten ein Video gemacht, habe ich die Paddleflows mitgenommen. Okay. Und da waren die Kinder zwei Wochen mit beschäftigt. Also wer das mal sehen möchte. Diese Paddleflows sind im Prinzip wie so kleine Scooter. Aber man stellt sich nicht drauf und man schwingt nicht mit einem Fuß, sondern man stellt sich drauf und es sieht dann aus wie so ein Stepper im Fitnesscenter. Aber ein Fahrrad, ne? Hat ja Fahrradpedale, ne? Genau. Und am Ende des Tages war es so, dass wir, na klar, das ist ja schon auch schön, dass die Kinder sich freuen, dass sie überall angeguckt werden, wenn sie über den Campingplatz fahren. Das macht denen auch Spaß. Und es war halt wirklich Entertainment für zwei Wochen. Echt? Sie sind jeden Tag damit rum? Jeden Tag. Aber ich ja auch. Okay. Und es ist auch wirklich Fitness, ja. Aber ihr habt jetzt keine Ausflüge damit gemacht? Ne, wir sind tatsächlich nur auf den Campingplatz gefahren und das Längste, was wir gemacht haben, waren dann zwei Kilometer. Aber es ist auch wirklich Fitness. Und dann auch die Randgeschichte an der Sache, sagte ich dir, ach hier, ihr beiden. Das würde dich freuen. Jetzt machen wir noch ein paar Videoaufnahmen. Wer weiß, vielleicht mache ich ein Urlaubsvideo, so wie letztes Jahr auch und etc. Sagen die Kinder, nö. Wir kriegen ja keine Tantiemen. Ach so, was soll denn das? Sie haben doch aber das Paddlefly zur Verfügung gestellt bekommen von dir. Ja, und da merkst du halt, den Achtjährigen hätte ich vielleicht noch dazu überreden können, aber der jetzt 13-Jährige, no way. Ich will nicht ins Video. Oh, nicht schlecht. Das Paddleflow, das Video habt ihr vielleicht gesehen, das war ja ein ziemliches Fun-Video, was wir gemacht haben. Aber es ist tatsächlich alltagstauglich. Ich nutze das bei uns in Wemerode, da zum Brötchen holen oder wir sind da zu Freunden gefahren, zwei, drei Kilometer, ist überhaupt gar kein Problem. Und ich bin neben meiner Frau, die ist mit dem normalen City-Rad gefahren. Also du kommst auch mit, bist nicht langsam. Also wirklich, also es ist jetzt nicht nur ein Spielzeug, muss man ganz klar sagen. Ja, aber es gehört absolut in den Bereich Fun, nicht reines Training. Nee, nee, kein Trainingsgerät. Und es ist trotzdem ein Fortbewegungsmittel. Ja, haben wir mal was anderes im Sortiment. Und unsere Kinder, zumindest da im Stadtteil, wo wir unter sich, sie fahren ja auch mit Tretrollern zur Schule und sonst wie und dafür ist es auch eine Alternative und wir sind definitiv schneller als mit einem Tretroller, muss man schon sagen. Und du warst nicht selten, du warst in Südtirol. Wir waren in Südtirol, genau an der Grenze, fast zu, nicht mehr zum italienischen Südtirol sozusagen, wo dann nicht mehr Deutsch gesprochen wird, in der Grenze zum Trentino. Und zwar liegt das genau zwischen Mendelpass und Gampenpass. Weiß nicht, ob du die kennst wahrscheinlich. Ja, vom Namen her, aber da weiß ich jetzt nicht. Der Mendelpass, der geht ja runter nach Kaltern zum Kalterer See und der Gampenpass, wenn man darüber fährt, kommt man wieder nach Lana. Das heißt, die beiden Pässe gehen tatsächlich richtig ins Südtirol, so wie man es kennt, in dieses, sagen wir mal, ins tiefste Südtirol rein. Und da oben, wo wir waren, da geht es bei Uldenthal oder so weiter, das ist dann die italienische Seite, geht es dann, kann man auch abbiegen, richtig nach Italien rein. Und ich weiß es wirklich nicht, das glaubt uns vielleicht keiner, aber ich weiß es gar nicht. Hattest du Hotelurlaub gemacht oder Ferienhaus? Nee, wir haben ein Ferienhaus. Ich bin ja auch tatsächlich ein Freund davon, ein Ferienhaus lieber zu haben, obwohl man ein bisschen Infrastruktur sich selber schaffen muss mit Kochen und Pipapo. Wir kennen es ja vom Camping auch. Hotels mag ich deshalb nicht, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt hat man so ein schönes, großes Zuhause und dann fährt man in Urlaub und sitzt in so einer kleinen Bude drin. Hat natürlich den Vorteil, dass ein Essen gekocht wird und jeden Tag das Zimmer gemacht wird, aber eigentlich finde ich so ein Ferienhaus immer schöner. Und wir hatten da echt einen tollen Gastgeber oder eine tolle Unterkunft, alles komplett aus Holz. Die machen so ein bisschen kein Plastik, also auch in dem ganzen Haus so gut wie kein Plastik zu sehen. Selbst das Spülmittel haben sie in Gläsern mit Deckel da reingemacht. Also so ein ganz, ganz cooler Ansatz. Und ich habe auch gesehen, wie die Häuser gebaut wurden, beziehungsweise die machen da auch manchmal so Veranstaltungen mit Holzbauern, die sich das dann angucken, wie das gemacht wurde. Also das war echt toll. Das wusste der vorher? Das wusste ich mir vorher. Yves hat das, meine Frau hat das halt rausgesucht. Und das war tatsächlich so, ja, aber nicht jetzt, nicht alternativ, aber wirklich so auf Umwelt gedacht und auch sehr nachhaltig das Ganze. Mitten im Wald auf 1200 Meter Höhe, wie gesagt, zwischen den beiden Pässen und da geht es nicht mehr ganz runter ins Tal, sondern man bleibt relativ weit in der Höhe. Dadurch hatten wir immer eine schöne, kühle Lüft da oben, wenn es so heiß war. Und mitten im Wald bedeutet halt auch wirklich ruhig nachts und tagsüber konnten die Kinder da im Wald spielen. Das war super. Und ihr hattet dann vier Räder mit? Ne, tatsächlich nur drei. Die Kleine fährt noch nicht, weil in den Bergen fahren, das traue ich der Kleinen noch nicht zu. Das heißt, wir hatten drei Rennräder, also zwei Gravelbikes, das von meiner Frau und mir, die Open und das Rennrad vom Kleinen. Das Rennrad? Ja, ja. Nicht das Mautenball? Ne, ne, der Elfjährige ist tatsächlich mit uns, also wenn man bei uns aus der Tür rausging, konnte man von unserer Seite auf den Gampenpass hochfahren, so sieben Kilometer, das hat er gemacht mit drei Pausen. Immerhin das erste Mal, dass er Berge gefahren ist. Aber das Radfahren war jetzt nicht so primär das Wichtige. Meine Frau ist jetzt so zweimal gefahren, ich fahre halt ein bisschen öfter, wenn ich dann Zeit finde. Und es war halt super, also diese Unterkund nennt sich Felicitas, falls das jemanden interessiert, falls ihr auch diesen Urlaub mit Ferienhaus mögt, könnt ihr euch das mal angucken. Sehr, sehr netter Gastgeber, der war mit uns einen Tag wandern und so. Also das war auch wirklich toll, wenn du da mit einem Einheimischen wandern gehst, dann findest du auch nochmal Wege, die sonst keiner geht. Und das war echt super. Was habe ich noch da erlebt? Ich habe dich bei Strava jetzt nicht verfolgt. Ich habe nicht geguckt, was du gemacht hast. Also ich habe noch keine Kudos geben dürfen. Ich habe jetzt mein Open wirklich mit zwei Laufratssätzen nur mitgenommen. Das Mountainbike habe ich weggelassen sozusagen, nur Gravel und Rennrad. Bin tatsächlich bis auf ein oder zwei Fahrten fast nur mit den Gravelreifen unterwegs gewesen, auch auf der Straße. Ja. Und habe eine lange Tour gemacht. Habe ich auch ein Video zugedreht. Ich hoffe, das schneide ich jetzt bis zum Wochenende. Mal gucken, wo ich zum Timmelsjoch gefahren bin. Das war eine ganz coole Fahrt, 165 Kilometer, weil zum Timmelsjoch war schon weit und waren am Ende dann 3000 Höhenmeter. Also ich hätte direkt zum Kalterer See fahren können, aber ich bin halt übers Timmelsjoch zum Kalterer See gefahren, habe dort dann die Kampffamilien nachmittags auch wieder getroffen. Aber das ist doch auch bei, wie heißt denn dieses, Ötztaler Radmarathon hat doch auch Timmelsjoch. Ja, genau. Und den kannte ich auch schon, bin den da hochgefahren und muss sagen, nachdem ich letztes Jahr beim Stiftzerjoch war, das Timmelsjoch ist cool, aber eigentlich auch nur die letzten kehren. Der Rest vom Timmelsjoch finde ich relativ langweilig. Da finde ich sowas wie Stiftzerjoch interessanter. Das heißt, wenn ihr euch mal einen so einen Pass aussucht, der wirklich über zweieinhalb tausend Meter gehen soll, würde ich immer sagen, nehmt lieber das Stiftzerjoch als das Timmelsjoch. Für mich war jetzt Timmelsjoch interessant, weil ich letztes Jahr Stiftzerjoch hatte. Ich bin mal Stiftzerjoch gefahren, als dieser Radtag da war. Das Stiftzerjoch hat immer einmal im Jahr einen Tag, wo Autos, Motorräder, das alles gesperrt ist. Da bin ich da mal gefahren und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das sind 40 Kurven und das ist ja, glaube ich, so roundabout 40 und das war sehr schön. Ich habe 48, 48 Kehren. Ja, also nagel mich nicht fest, frag mich über die Tour de France. Aber diese Kurven fand ich beeindruckend, wenn man dann guckt. War schön. Stiftzer ist definitiv, also ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, das Timmelsjoch, aber es war jetzt nicht so das Ding. Unten ist relativ langweilig, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn man da in den Bergen unterwegs ist. Aber auch der Mendelpass ist toll mit ganz vielen Kehren, der macht schon alleine Spaß, in so einem tausend Höhenmeter Unterschied. Gampenpass sind 1200 Höhenmeter Unterschied, die man... fahren kann, wenn man ganz runter nach Lana fährt, ist auch ganz cool. Bin ich alles gefahren, hatte immer so einen Pass vor der Tür, habe wenig Zeit verplempert. Wichtig ist ja immer, die Familie und Fahrradfahren unter einen Hut zu kriegen. Familie hat lange gepennt und ich war dann wieder da, sind wir zusammen schwimmen gefahren, wandern gefahren und so weiter. Aber das Wichtigste habe ich noch vergessen, was ich im Urlaub noch gemacht habe. Ich habe Flüge nach La Palma gebucht. Ah ja, stimmt. Ich auch, ich auch. Du auch. Das war ein Highlight in meinem Urlaub. Und zwar im Februar dieses Jahr ist La Palma wieder angesagt. Ihr habt ja die Videos vielleicht, einige, die uns schon länger verfolgen, haben vielleicht die Videos gesehen. La Palma haben wir ja zwei schöne Vlogs gemacht. Das heißt, alle, die, weil wir sie jetzt ja gebucht haben, können wir jetzt sagen, wer in La Palma uns treffen will, der muss im Februar dahin fliegen. Genau. Und mit den Gravelbikes diesmal. Diesmal haben wir gesagt, keine Rindradreifen, wir fahren nur Gravel. Wir fahren da mit den Gravels dann auch auf der Straße, klar, so viel. Und dann mal gucken, ob wir da schöne über die Vulkane, hast du, glaube ich, eine Strecke, wo du sagst, da können wir vielleicht fahren. Also werden wir darüber berichten. La Palma der anderen Art mit dem Gravelbike. Genau. Gut. Ja, vorbei schon wieder. Genau. Ich habe einen kleinen Buchtipp noch, weil ich schon auch in manchen Videos immer gefragt würde, Mensch, wie ernährst du dich und so weiter und im Sport und so weiter. Ich weiß ja schon viel und ernähre mich auch schon relativ gesund, vollwertig, mit viel, viel Vollkornprodukten und so weiter und habe aber ein schönes Buch gelesen. Das ist von Buzz Kast, der Ernährungskompass. Den hat tatsächlich meine Frau mir empfohlen, die hat den vorher gelesen. Die normalerweise liest die gar nichts über Ernährung. Und den kann man sich vielleicht mal angucken. Ich weiß nicht, ob es den vielleicht bei Blinkist gibt. Wer keine Lust hat, ein ganzes Buch zu lesen. Blinkist ist ja dieser Service, wo man so ein Buch in 20 Minuten mal so eine Zusammenfassung hören kann. Könnt ihr mal gucken, ob es das da vielleicht auch gibt. Lege ich euch einfach mal hier mit ans Herz, weil da war ein kleiner Augenöffner dabei, den ich so noch nicht kannte, obwohl ich wirklich viel mich damit beschäftigt habe. Und zwar ist das die sogenannte Proteinverdünnung in der Ernährung. Ja, das ist eine Proteinverdünnung. Was ist denn das? Und zwar gibt es ganz viele Studien. Also der Buzz Kast hat halt ganz, ganz viele Studien ausgewertet. Das ist alles sehr wissenschaftlich erarbeitet. Der war ganz oft schon Gast bei der Talkshow von Markus Lanz. Genau, genau. Den habe ich auch gesehen, dass er bei YouTube manchmal so zwei Stunden Interviews mit dem gibt und so weiter. Vielleicht kann man sich sowas auch angucken, statt das Buch zu lesen. Und macht es relativ wissenschaftlich? Wissenschaftlich und ist nicht so ein militanter Typ. Der sagt halt, Fleisch ist ungesund, aber ich esse halt zwei, drei Mal im Monat trotzdem Fleisch und so weiter und solche Sachen. Also das finde ich sehr sympathisch, dass der nicht einen militanten Weg nimmt. Also das ist jetzt kein Low Carb und spricht auch darüber, diese Low Carb-Jünger und diese Atkins-Geschichten und so weiter, die ja so militant ein Ding unbedingt nach vorne bringen wollen oder präferieren. Und das, so ist er halt nicht. Sondern er durchleuchtet das halt alles. Sonst vergesse ich den. Ich hatte neulich einen ganz schönen Witz gelesen. Woran erkennst du einen Veganer? Ja. Er sagt es dir. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Das Schlimmste für einen Veganer ist ja immer die Frage, wo kriegst du dein Protein her? Alles gut. Ich wollte jetzt nur, sonst vergesse ich den Scherz. Und jetzt weiter damit. Genau, genau. Also den hast du, der hat jetzt das wissenschaftlich und da einen Punkt wolltest du rausnehmen. Genau. Und diese Proteinverdünnung, das war nochmal ein Augenöffner für mich, weil ich sehr viel, also ich ernähre mich auch vegan, muss ich sagen. Ich würde mich aber nicht als Veganer bezeichnen, weil mein Auto hat auch ein Lederlenkrad. Das kommt halt mit. Aber ich ernähre mich ja nun auch vegan. Und da isst man ja viel mit Kohlenhydraten, auch viel Reis, Nudeln und so weiter. Das ist auch alles nicht schlimm. Das ist alles gesundes Essen. Insbesondere, wenn man es dann auch vollwertig, also vollkornmäßig isst und so weiter. Hab aber auch manchmal das Gefühl gehabt, Mensch, du wirst ja gar nicht richtig satt oder hast nach zwei Stunden wieder Hunger. Dann hab ich sie mal darauf geschoben, naja, du machst ja viel Sport und sonst wie, brauchst du halt auch viele Kohlenhydrate. Und die braucht man auch als Sportler, ganz klar. Und mit dieser, und dann war dieser Augenöffner wahr, dass es zumindest nach seiner Aussage und so wie er es in den Studien rausgelesen hat, dass man Protein braucht, um ein Sättigungsgefühl zu bekommen. Okay. Das heißt, das ist wohl evolutionsbedingt. Der Körper sagt, naja, ich hab jetzt mein Protein bekommen, jetzt fühle ich mich satt, jetzt sage ich dem Menschen da, er soll nicht mehr weiter essen. Und das war hochinteressant. Das heißt, du führst jetzt übermäßig viel Protein zu, damit du die Sättigungsgefühl schaffst? Okay. Und das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass wir auch mal mit Haferflocken und Müsli, da habe ich schon vieles richtig gemacht, aber so gerade so beim Abendessen, das hatte ich wirklich mal so eine Riesenportion Kartoffelbrei gegessen und eine Stunde später wieder Hunger gehabt. Okay. Hätte ich da Bohnen oder vielleicht ein bisschen Hummus, was auch immer, man, es gibt ja unterschiedliche Proteinquellen, auch pflanzlich, hätte ich die dazu gegessen, hätte ich nicht das Problem gehabt. Das fand ich wirklich hochinteressant. Viele andere Sachen kennt man natürlich, Vollkornprodukte, möglichst keine Brausen trinken, weil das sofort durchfließt und in die Leber rein mit Zucker und Fruktose ist doof und in Übermengen, wenn man es nicht als Obst isst und so weiter. Also guckt euch das mal an, Baskast Ernährungskompass. Ich muss mal gucken, mir mal einen Reminder machen, dass ich auch vielleicht einen Link dazu gebe. Ich habe noch nie irgendwie ein Buch empfohlen, was, na, es gibt noch kein Fleisch macht glücklich, ist noch das, womit ich mal angefangen habe, mich vegan zu ernähren, weil das auch nicht so ein minitanter Typ war. Diese ganzen anderen, viele andere veganen Bücher kann man nicht lesen, wo, wenn man da wirklich sagt, okay, die, weil es schon gar nicht für so einen Normalsterblichen, der sich sein Fleisch nicht malig machen lassen will. Gut, ja, dann haben wir noch ein bisschen Feedback aus den anderen Sendungen, gerade was die Laufräder angeht, haben wir Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Wir kriegen so viele E-Mails auf unsere Podcast-Folgen und die E-Mail-Adresse sage ich hier auch nochmal, podcast.enjoyyourbike.com. Genau. Vielen Dank dafür. Also sehr, sehr positiv. Also wir sind wirklich, glaube ich, beide sehr positiv überrascht auf die Resonanz. Vielen, 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 vielen Dank. Und ich habe auch schon viele, also das müsst ihr auch sagen, ihr schreibt die E-Mail nicht umsonst. Schreibt die uns ruhig, selbst wenn wir in Ihrem Podcast nicht drüber sprechen, habt ihr meistens von mir oder von Dan zumindest eine ausführliche Antwort bekommen. E-Mail ist da sicherlich, wenn man was Ausführlicheres haben will, immer die beste Methode. Ganz oft überliest man einen Kommentar, weil der Podcast ja auch bei YouTube ausgestrahlt wird. Den überliest man dann doch schon manchmal. Ja, ja, die Kommentare versuche ich mir immer per Screenshot irgendwie ins Handy. Da habe ich auch zwei, die ich gleich noch ansprechen werde. Also jedenfalls ein Wichtigstes, was bei den Laufrädern, was ich mir aufgeschrieben hatte während der Sendung, dass wir über Narben sprechen wollen. Aber ganz vergessen. Die haben wir komplett vergessen. Aber du, ja, gibt es da vieles zu erzählen? Ja, wir sind ja, damit wir nicht den Vorgespräch jetzt hier heute so lang haben, mache ich es mal ein bisschen gebündelter. Bei den Narben ist ja ganz klar, dass die Technik da so weit vorangeschritten ist. Früher hatte man die einzelnen Kugeln in der Narbe und man musste natürlich schon mal die Kugeln rausnehmen, alles sauber machen, neues Fett reinmachen, die einzelnen Kugeln wieder reinsetzen, das Lagerspiel einstellen. Campagnolo hatte dann so ein Abschmiermittel in der Mitte der Narbe. Und das war dann für viele Leute immer sehr viel Aufwand. Das musste die Werkstatt machen. Heutzutage ist es so, ihr kennt diese Industrielager, wenn man sich vielleicht die mal in so einem Rollenkoffer oder in so Inlineskates anguckt. Diese fertigen gepressten Lager, wo ich nichts einstelle und wo ich nichts mehr fette, die sind meistens in den heutigen hochwertigen Narben eingesetzt. Das heißt, vorne im Vorderrad ist rechts und links ein sogenanntes Industrielager. Und hinten sind dann meistens vier Industrielager. Zwei befinden sich in der Narbe und zwei befinden sich im Freilauf. Dann wäre es jetzt ein bisschen, das würde das zu sehr ausschmücken, wenn man sagt, der Hersteller A, der Hersteller B, der Hersteller C. Die grundsätzliche Sache, die man erwarten sollte heute bei hochwertigen Laufrädern, dass das industriegelagerte Narben sind. Und deswegen brauche ich jetzt eigentlich da auch nicht sehr viel drauf eingehen. Wo man nochmal drauf eingehen könnte, ist, wie der Freilauf hinten unterschiedlich funktioniert. Da gibt es diesen Begriff Sperrklinken. Der eine Hersteller hat drei Sperrklinken, der andere Hersteller hat sechs Sperrklinken. Je mehr Sperrklinken ich habe, desto leiser ist es vielleicht oder desto smoother läuft die Geschichte. Dann gibt es Freiläufe, da hat man keine Sperrklinken, sondern es wird magnetisch voneinander getrennt. Dann gibt es Freiläufe, die haben so ein Ratchet-System. Die magnetischen und magnetischen haben wir in einem Video mal gezeigt. Genau, die haben wir mal. Wenn ihr noch Zip NSW sucht, vielleicht. Dann findet man das noch. Aber da muss ich uns ein bisschen zurücknehmen, Ingo, sonst haben wir hier eine Stunde lang nur Narben. Also die Narbensendung kommt noch, die persönliche. Ich habe zwei Fragen noch dazu. Und zwar einmal ein Kunde, der hast du eben eigentlich schon fast beantwortet, der wirklich gefragt hat, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt so ein DT Swiss 240 habe ich jetzt. Eine sehr gute Narbe. Genau. Wenn ich jetzt ein Laufrad kaufe, ist das denn okay? Oder muss ich mir um die Narbe noch Gedanken machen? Nein, man muss sich über die Narbe nicht Gedanken machen. In dem Fall kann man das ja nachgoogeln. Die DT Swiss 240er Narbe ist eine beliebte Narbe, die industriegelagert ist, die viele positive Punkte kommt. Ich will aber nicht diese Narbe als einzigste Narbe jetzt rausgreifen. Aber nach konkret der Frage nach dem Produkt kann ich ja konkret die Antwort auf das Produkt geben. Genau, also er hatte einen Laufradsatz für 1.500 Euro. Da war diese Narbe verbaut. Und ich habe ihm jetzt ganz banal geantwortet und gesagt, wenn ich mir einen teuren Laufradsatz kaufe, mache ich mir keine großen Gedanken um die Narbe. Die nehme ich halt einfach mit, die verbaut ist. Damit ich einen fertigen Laufradsatz habe. Man könnte natürlich umspeichen. Und wir haben auch einen Kumpel, der Chris King, irgendwo. Das kostet aber nochmal so viel wie so ein Laufrad. Ja, und das ist der Olaf. Der war ja hier auch schon im Podcast. Olaf habe ich mal Zip-Namen rausgespeicht und habe Chris King-Namen eingespeicht. Aber da muss man schon eine ganz schöne Schraube im Kopf haben. Also positiv. Also das ist dann wirklich Tuning. Aber ansonsten würde ich jedem empfehlen, kauft das Laufrad so, wie es ist. Und wenn ihr ein günstiges kauft, habt ihr eine günstige Industrienarbe drin, aber die hält auch. Es ist Industrie gelagert und in der Regel, ja, wir können das sonst so ausschmücken, dann... Nee, wir müssen auch weiter hier. Wir müssen hier weiter. Programm machen, genau. Aber deswegen ist es vielleicht gar nicht so das dramatische Thema gewesen. Michael hat uns geschrieben, der auch über die Schlauchreifen uns nochmal bestätigt hat. Oh, schöner Kommentar. Genau, gerade bei der letzten Folge über die Schlauchreifen hat mich dann nochmal in meine Jugend versetzt. Ich hatte mein erstes Rennrad so 1996 bekommen, eins aus dem Osten. Es hatte natürlich Schlauchreifen. Und er ist auch, ich kürze das so ein bisschen ab, er ist auch in einer Pannensituation noch langsam auf der Felge weitergerollt und so weiter. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die das schon erfahren haben. Und er tatsächlich jetzt... Auch die Erfahrung mit den zwei Ersatzschläuchen musste ich leider schon machen. Bei einer RTF hatte ich einen Platten. Genau. Also schnell den Schlauch gewechselt, ohne Mantel genau zu untersuchen. Und nach 100 Meter wieder die Luft raus. Genau. Also das auch. Dann haben wir von JG, wie auch immer er heißt, er hat jetzt keinen Klarnamen dazu geschrieben, hat uns ein Bild aus der Rennrad 2819 geschickt. Das werde ich leider nicht verlinken können, aber ich kann es hier zumindest mal in die Kamera halten. Ich halte es mal ein bisschen näher ran. Für die, die... Oh, jetzt ist das Bild weggegangen. Ja, also für diejenigen, die nicht nur den Audio-Podcast hören, sondern das YouTube-Video sehen, zeigt Ingo das gerade in die Kamera. Ich muss nur kommentieren, was hier gerade passiert, für die Leute, die nur den Audio-Feed haben. Und zwar muss da bei einem Rennen... Also erstmal danke, dass du uns das Bild geschickt hast. Du warst einfach nur zur Info, ne? Ja, finde ich aber gut. Und zwar ging es ja bei uns, bei dem Thema Laufräder auch darum, dass uns der Reifen im Stand, im Keller... Also bei einer Felge und einem speziellen Reifen ist es dir mal im Keller passiert, dass der Reifen runtergeflogen ist. Runtergeploppt ist. Ohne fahren. Genau. Und hier sieht man tatsächlich jetzt einen sich im Sturz befindlichen Radsportler, dessen Reifen einfach komplett von der Felge runtergerutscht ist. Und man sieht auch keinen Schlauch, man sieht wirklich nur den Reifen. Das heißt, das wird auch so eine Tubeless-Kombination gewesen sein, die ihm während der Fahrt runtergeplatzt ist, was natürlich extrem blöd ist für den Fahrer, dass es während der Fahrt war. Das heißt, auch da haben wir euch ja auch ein bisschen vorgewarnt. Und da sieht man auch, dass tatsächlich jetzt anhand dieses Bildes sieht man, dass da tatsächlich Unfälle passieren können. Das ist nur mal eine kleine Bestätigung. Also natürlich kein schönes Foto. Wie gesagt, Rennrad-Ausgabe 28.19. Falls ihr die noch kriegen könnt, könnt ihr da vielleicht mal reingucken. Oder ihr habt es vielleicht schon gesehen. Danke an den Zuhörer, der uns das geschickt hat. Ja, also Feedback finde ich grandios. Ja, auf jeden Fall. Und noch eine Sache. Ich muss da kurz einmal Werbung machen, weil unser Podcast ist ja nicht finanziert von irgendeiner dritten Person oder von irgendjemandem. Also wir kriegen keine Sponsorgelder von irgendjemandem für diesen Podcast. Und ich habe in der Auswertung von iTunes gesehen, dass wir 160 oder irgendwie plus positive Bewertungen haben. Und ich möchte mich dafür auch echt bedanken. Das ist ja so wohltuend und so guttund, dass man diese Zustimmung kriegt. Leute, das ist wirklich, wirklich gut. Wir machen auch manchmal viel Quatsch und viel falsch. Aber dass ihr uns da mit fünf Sternen bewertet, mit 160 Bewertungen, knallermäßig. Also ich zeige es in die Kamera rein. Damit tut ja uns beiden wirklich was Gutes. Genau. Und selbst wenn ihr mal was Kritisches zu erwähnen habt, macht das ruhig. Also jetzt zum letzten Podcast, wo ich den Martin interviewt habe, hat auch einer geschrieben, naja, wir hätten uns noch mehr vom Gast erwartet, beziehungsweise dass ich noch mehr Fragen stelle, noch mehr Ausreden lasse und so weiter. Und das nehme ich mir natürlich auch zu Herzen. Und dann habe ich beim Selberhören auch gehört, wo ich gedacht habe, naja, ich habe auch ganz schön viel über mich erzählt. Und soll ich dir was sagen? Das ist auch wichtig, dass du den Leuten sagst, dass wir euch das ja auch nicht übel nehmen. Was sind wir denn für Typen? Wir sind ja ganz normale Typen. Ich sage auch immer, einzigste statt einzige. Habe ich ja heute eine Mail oder irgendwo habe ich das gesehen, da wurde ich auch korrigiert, mit einem netten Lächeln. Finde ich super. Genau. Jetzt sage ich absichtlich immer das falsch. Ja, ja. Ich glaube, da machen wir auch ein T-Shirt von. Ja, 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 ja. Aber damit das auch klar ist, ich finde das gut, bin da gar nicht eitel. Ich finde es super, macht weiter so. Und wenn es auf die nette, kommunikative Art läuft, so wie es läuft, super. Und wir lernen ja auch immer weiter. Einziger. Genau. Dann habe ich hier noch was auf meinem iPhone, was ich versuche. Vielen Dank für den Content. Ich würde mich noch mal über ein Statement zu einem Thema freuen, das gerade unter Langzeit-Triathleten immer wieder heiß diskutiert wird. Hört man auf die Aerodynamik-Experten der Laufrathersteller, kriegt man eigentlich durchgängig folgendes Statement. Vorne 23 Millimeter für die Aerodynamik, hinten 25 Millimeter für Rollwiderstand und Komfort. Der aerodynamische Unterschied der 23er vorn soll hier nicht gerade unerheblich sein. Können wir da was zu sagen? Wow, ja, da kann ich ganz viel drüber sagen. Okay. Also fangen wir mal an mit Aerodynamik. Bei hohen Geschwindigkeiten sind breite Reifen dann wirklich schlecht. Und wenn ich jetzt den 25 Millimeter breiten Reifen vorne habe, dann ist ja klar, da habe ich so ein Rechteck, was dann praktisch vorne dem Wind entgegensteht. Ist ja klar, dass ich da mehr Quadratmillimeter habe. Und wenn ich da 50 Sachen auf dem Tacho habe, ist das wirklich blöd. Okay. Also bei 25er Reifen, da ist der 23er besser. 100 Pro. Ist die Felge aber breiter als der Reifen, ist es ja völlig egal, dass der Reifen schmaler ist, weil die Felge ist ja breiter. Das heißt, ich habe ja nach wie vor diese Quadratmillimeter im Wind stehen. Okay. Also habe ich eine ganz schmale Felge. Klassischerweise ein Scheibenrad. Ja, vorne hat man das heutzutage nicht mehr als Scheibenrad. Aber früher war das so. Und im Stundenweltrekord sieht man das zum Beispiel noch. Da sind auch vorne und hinten Scheiben teilweise drin. Und die sind ganz schmal. Dann wird beim Zeitfahrrekord, weil der ja auch eine Geschwindigkeit Richtung 60 hat, vorne einen 19 Millimeter Reifen genommen. Auch heute noch aus aerodynamischen Gründen. Es geht auch nur um die Aerodynamik, weil die Geschwindigkeit zu hoch ist. Wenn ich jetzt aber, ich glaube, war jetzt Triathlon angesprochen? Ja, genau. Langzeit, Langdistanz vorhin. Genau, jetzt gehe ich mal genau auf diese Sportart ein. Ich habe 180 Kilometer als quasi Einzelzeitfahren zu absolvieren. Dann habe ich vorne zwischen 6 und 8 Zentimeter Felge. Die ist also sehr hoch. Und diese Felge ist auch sehr breit von fast allen heutzutage als Hersteller. Und wenn ich dann sage, ich mache einen 23er oder kleineren Reifen drauf, die Felge ist ja schon breiter als der Reifen, dann mache ich ja Quatsch. Ich war bei Zeitfahrweltmeisterschaften, habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, wie Profis das da machen. Mavic hatte auch mal so ein Produkt am Start. Da haben sie sogar den Übergang von dem Reifen zur Felge mit Silikon ausgespritzt. Und Mavic hatte dann ein Produkt, das konnte man so in die Lippe eindrücken. Damit eine glatte Oberfläche entsteht. Es ist ein Podcast sehr schwierig rüberzubringen. Aber hast du es verstanden, was ich meine? Und da haben die Profis dann, da sieht man das, wenn man zu den Weltmeisterschaften geht und man steht dann bei den Teams, Schmirgelpapier auf dem Sattel zum Beispiel, wo man sagt, die Hose ist danach kaputt, egal, Weltmeisterschaft. Also das fand ich interessant, so die Übergänge vom Reifen mit Silikon ausfüllen, damit man diese aerodynamische Kante noch macht. Silikon aus dem Baumarkt. Unglaublich. Und deswegen ist die Antwort da, ja, hast du also wirklich eine schmale Felge, dann macht das aerodynamisch schon Sinn. Okay. Ist die Felge breit, hast du mit Zitronen gehandelt. Ja, das gucke ich mir dann heute Abend mal an, dann kannst du mir fürs Wochenende den Reifen nochmal umkleben. Das gibt dir das Gefühl, dass ich dein Handlanger bin. Nee, du bist der Einzige, den ich kenne, der die Reifen richtig klebt. Das ist ja schön. Okay, haben wir noch irgendwas, was das Thema mit dem Reifen da vorne angeht? Ich glaube, das ist verständlich. Jaja, dann bei den Reifenbreiten darf man eins nicht vergessen, das ist von FB gekommen, wieder nur so zwei Buchstaben. Draht-Faltreifen bauen immer oder sehr oft deutlich breiter auf als ihre Reifendimensionen. Vor allem breite Reifen, bei breiten Felgen wird das natürlich sehr deutlich. 23er Reifen ist dann trotzdem 25 breit, 26er Reifen vielleicht oder sogar 26 Millimeter breit, schreibt ihr und so weiter. Also das heißt, dieses Reifen aufbauen ist ja das, man nimmt einen 25 Millimeter Reifen, misst den hinterher und der hat irgendwie 27 Millimeter oder 28 oder vielleicht sogar 30. Das ist ganz klar, das hängt von der Felgengröße ab wahrscheinlich. Von der Felgenbreite. Das ist dann auch das Thema, habe ich einen Schlauchreifen, der ja praktisch, wenn ich den jetzt durchschneiden würde, dann würde der aussehen wie so eine durchgeschnittene Baumstamm. Der ist dann also rund und der ist dann so breit, wie er ist. Genau, der ist egal, wo man ihn draufklebt, hat er immer die gleiche Breite. Das ist auch meine Erfahrung, der Conti Competition ist halt immer 25 Millimeter breit, plus minus einen halben Millimeter. Es gibt den ja auch in 22. Ja, aber wenn er 25 draufsteht. Genau. Und das ist tatsächlich das, wo man bei Felgen, bei normalen Faltreifen, Drahtreifen, hat man manchmal so einen Luftballon und manchmal hat man so die normale Breite. Bei den Drahtreifen wird, wenn die Felge relativ breit ist, der Reifen einfach bauchiger. Genau. Und wenn ich die nach innen weiter, also die Felge schmal reinhabe, ist es im Podcast schwierig, hierüber zu bringen. Wenn die Felge nicht so breit ist, dann wird der Reifen enger nach innen sich reingezogen. Also ich habe zum Beispiel den Conti 5000er auf meinem normalen Pendelrad in 28 Millimeter, glaube ich, draufgezogen und der, wenn ich den messe, kommen 31 oder sowas raus. Das heißt, ich habe schon einen relativ breiten, gravelfähigen Reifen, obwohl ich nur ein 28er fahre. Und das sind so Erfahrungswerke. Wir haben gerade in der Werkstatt heute das graue Open fertig gemacht, wo die neuen 3T-Aero-Felgen drin sind und die Felgen sind über 30 Millimeter breit. Da ist ein 35er Reifen drauf und aus dem 35er wird dann ein 37er. Und das kann man auch ruhig so fahren. Das ist nur was, was wir nicht weiter erwähnt hatten. Dann noch eine kleine Geschichte und zwar beim Carbon-Rahmenmaterial. Da sind wir schon beim Thema Tour de France. Da ist, habt ihr vielleicht auch die Bilder gesehen, da ist ein Reifen komplett in zwei Teile gebrochen. Äh, ein Rahmen, Entschuldigung, nicht ein Reifen, ein Rahmen. Und das ist hier von Paul geschrieben worden. Der hat gefragt, ob man jetzt Angst haben muss, sich ein Carbon-Reifen, ein Studierreifen, ein Carbon-Rahmen zu kaufen, weil da im Fernsehen diese zwei Teile zu sehen waren. Jetzt habe ich mir die Links, ich verlinke das mal, ich habe mir, da gibt es dann Videos dazu, wie dieser Sturz passiert ist. Es war wieder Garen Thomas, also Ineos, Team Ineos, ein Pinarello-Rahmen. Habe ich mir hundertmal angeguckt, na, wie ist denn jetzt dieser Sturz passiert? Ist der Rahmen schon beim Sturz gebrochen gewesen oder nicht? Und habe dann so ganz so Frame by Frame geguckt, okay, da scheint der Körper des Fahrers seitlich auf den Rahmen drauf geknallt zu sein. Das heißt, der Fahrer hinter dem stürzenden Fahrer ist auf diesen Rahmen geknallt und ich gehe davon aus, so habe ich es zumindest gesehen, dass das die Ursache ist für den Bruch. Einige haben gesagt, dass das Auto wohl drüber gefahren ist. Das war aber nicht so, das konnte man in einem zweiten Video sehen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen als Carbon-Fahrer. Also ich habe dem Kunden schon eine E-Mail-Antwort gegeben oder dem Hörer, der uns das geschickt hat. Ich bin nicht darauf vorbereitet, aber ich antworte gerne. Ich kann ja mal kurz... Nee, machen wir doch mal. Komm, das machen wir doch Freestyle jetzt. Ja, ja, ja. Also ich kann nur kurz sagen, Deine Antwort hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nee, ich kann nur sagen, was ich geschrieben habe. Also ich habe ihm dann geschrieben, dass ich mir das lange angeguckt habe und mein Verständnis ist, der Rahmen braucht man sich keine Gedanken zu machen, weil ein seitlicher Schlag auf den Rahmen, dafür ist er nicht gebaut. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch gebrochen. Okay. Was sagst du als Carbon-Experte dazu? Also wir haben ja auch mal Reglerrahmen, die wir praktisch entwerten müssen hier, damit die nicht mehr in Umlauf kommen, dass nicht jemand bei eBay-Kleinanzeigen so einen Rahmen, der mal gestürzt war, weiterverkauft. Also nach dem Sturz kommen den Kunden zu uns. Genau, und der muss dann entwertet werden, weil dann praktisch der nächste Kunde einen besseren Preis für ein Croshy-Placement kriegt, etc., etc. Und wie schwer ich mich tun muss, seitlich den Rahmen in zwei Teile zu machen, dann das müssen wir filmen. Das müssen wir filmen. Okay. Da kann ich mit 95 Kilo drauf rumspringen und er ist nicht in zwei Teilen. Okay. Also das, was du gerade beschreibst, ich habe mein Rahmendreieck und von der Seite den Impact, da kannst du mal einen Vorschlaghammer nehmen und da seitlich gegenhauen und er geht nicht in zwei Teile. Okay. Das ist das Gleiche, wo ich dir sagen kann, der Carbonlenker, wenn du da ein Schlagloch triffst, wenn du mit einem Carbonlenker ein Schlagloch triffst und kriegst von den Hütz so einen Druck obendrauf, so einen richtigen Druck, ich hatte das ja, dann geht vielleicht der Lenker kaputt, aber dass es sich abtrennt, dass du zwei Teile hast und auf einmal deinen Griff in der Luft heben kannst, da gehört schon ganz schön was zu. Das kann sein, das kann passieren, aber es ist schon ein, also wir müssen da mal ein Video von machen, wenn wir wieder so ein entwertetem haben. Das heißt für dich ist es doch schon eine außergewöhnliche Situation, dass da ein Rahmen in zwei Teilen an der Bande stand. Genau. Und ich darf die Marke nicht nennen, aber ich erzähle euch die Wahrheit. Ich war bei Bob Parley in Massachusetts und habe in der Werkstatt Rahmen gesehen von einem bekannten Profi-Team, die waren alle kaputt. Okay. Und da ist was falsch gelaufen in der Produktion dieser Rahmen. Das ist nicht, das ist so, ich sage es mal banal, ich baue ein Haus und dann habe ich zu wenig Zement reingemacht. Die Statik, also die Statik funktioniert dann am Ende des Tages nicht. Habe ich ein bisschen, habe ich mich vertan. Okay. Und ein Carbonrahmen muss genauso gelegt werden und es darf kein Teil vergessen werden, wie er denn konzipiert wurde und etc. Das ist, wo Menschen sind, passieren Fehler. Aber das heißt, aber das kann ich natürlich jetzt für diesen Fall gar nicht, da habe ich ja überhaupt gar keinen Einfluss. Aber um die Antwort zu geben, es kann tatsächlich natürlich sein, dass du einen Rahmen bekommst und das ist aber auch, um jetzt die Angst mit Carbon zu nehmen, das kann dir ja bei Titan genauso passieren. Also das habe ich ihm auch geschrieben, dass wenn jetzt, wenn jetzt da, das liegt jetzt nicht an Carbon. Wenn du im Stahlrahmenrahmen unglücklich stürzt, kann der da auch in zwei Teilen liegen. Also. Aber es ist ja trotzdem, trotzdem hochinteressant. Also die Möglichkeiten, das was versagt, die, du kannst in die Autowerkstatt fahren und sie vergessen dir, die, die, die Reifen fest anzuziehen. Ja, ja. Also da, das ist schwer ergründlich, das kann man nicht so richtig rauschassieren, wo, wo da genau der Fehler im System war, was natürlich immer wichtig ist, dass man Sachen am Limit austestest, also sag ich mal so 150 Newtonmeter im Tretlager reingibst, dann über 100 Newtonmeter in den Steuerkopf reingibst und dass das alles praktisch belastet wird und das macht ja die Industrie auch. Ob ein Vorschaden war, man weiß es immer nicht. Das ist sehr, sehr, also die Antwort, die Antwort pauschal geben ist. Also was, was die Cycling Weekly auch geschrieben hat, landed with his back on Moscow and Spark. Das heißt, da scheint einer mit dem Rücken voll draufgeknallt zu sein. Ja und natürlich bei hoher Geschwindigkeit. Das ist wirklich in zwei Teilen? In zwei Teile. In A und B? Genau, unten am Tretlager und oben am Sattel. Beides durch. Das ist durch gewesen. Ja, also das kann ich, da kann ich keine Antwort geben, warum ich jetzt wüsste, worum der so gebrochen ist. Der Kunde, der uns das jetzt geschickt hat oder der Hörer, der hat gesagt, ja muss ich jetzt Angst haben, mir einen Carbonrahmen zu kaufen. Naja, gar nicht. Das ist die gleiche Frage. Muss ich Angst haben, in einen Flieger zu steigen? Es kann natürlich auch sein, dass Sie ja mit Prototypen rumfahren. Das kann auch, das hatten wir übrigens mal mit, und das hatten wir übrigens auch mal zur Zeit von Bjarne Ries und Jan Ullrich, weil wir heute Tour de France Thema hatten. Da hatte Campagnolo mal in der Tour de France der Tretlager getestet aus Carbon. Alles kaputt gegangen. Aber die waren niemals für den Endkunden gedacht. Ja gut, das ist natürlich auch Material. Und es gibt es denn, das war nämlich auch noch die Frage, das weiß ich nicht, ob du das überhaupt weißt, gibt es denn Testverfahren, dass man sagt, okay, bevor so ein Rahmen auf den Markt kommt, muss der bestimmte Kriterien erfüllen? Ja. Okay. Haben sie, also alle. Das heißt, wenn man jetzt auf dem Endkundenmarkt unterwegs ist, kriegt man einen Rahmen, der stabil ist, der zumindest schon mal ein paar Tests durchgemacht hat. Ein paar Tests, das ist ja heutzutage alles. Die verklagen dich ja, wenn du diese Tests nicht hast. Also das ist ja auch zu Recht. Aber, Entschuldigung, dass ich da jetzt so eine blöde Antwort vielleicht drauf gebe, aber das kann dir auch letztendlich bei dem Titanrahmen passieren. Und das, ja, es liegt jetzt nicht nur am Carbonrahmen. Okay. ne, also dann, dann haben wir das auch. Öffnen der Seite fehlgeschlagen. Das ist jetzt nicht so. Hier, so sah das Ganze aus. Ach du meine Güte. Also das Bild, das Bild dazu verlinke ich und auch die, das Video dazu, zu dem Sturz, ist tatsächlich, ja, sind da tatsächlich die Schweiß, in Anführungsstrichen, fast die Schweißpunkte, wo man sagt, ne? Das sieht schon komisch aus, ne? kann man versuchen, also da eine Antwort zu geben, ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen, warum, wieso, weshalb, das wäre jetzt wirklich unfair, egal welcher Hersteller das war, egal, das ist völlig wurscht. Ja, es war halt Thema, ne? Ja, ja, verstehe ich. Aber sonst würden wir alle gar nicht auf solche Produkte gehen können und das, wo fängst du an, wo hörst du auf? Wir müssen auch unserem Auto vertrauen. Wir fahren jetzt seit 12, 13, 14 Jahren, Carbon hatte nie ein Problem, ne? Und ich kenne auch keinen, dem der Rahmen irgendwo unten weggebrochen ist oder irgendwas. Ich kenne schon Leuten, dem der Rahmen gebrochen ist, aber das ist nicht, genau, also nicht, dass es dann so schlimm war, wie jetzt da zu sehen ist. Okay, gut. Gut, dann ist das ja auch der richtige, Punkt jetzt, um zum Thema Tour de France überzugehen. Ja, jetzt mal, bevor wir jetzt anfangen, da Historie und so alles durchzugehen und auch den aktuellen Stadios. Warum habe ich denn zugestimmt oder warum war meine Idee, Tour de France zu nehmen, Ingo? Weil du bist voll im Thema aktuell, ich nicht so wirklich voll dabei, nicht meine Tour hört so auf 1997 und ich habe mehr den historischen Background und ich habe das Gefühl, zumindest durch die Kommentare, so ganz uninteressant ist es für die Leute nicht und dann mache ich den historischen Part und jetzt steigst du ein. Ja, was ist jetzt erstmal die Frage, so als kleines Intro, was sind so die Momente, was ist die Tour de France für dich, an das, was man sich am meisten vielleicht erinnert, einfach mal so aus dem Bauch raus, was ist jetzt so das, was die Tour de France für dich ausmacht? Nur mal so ganz kurz, bevor wir überhaupt in die Tiefe gehen. Also die Tour de France lebt von Emotionen und ich sage mal von meiner Kindheit, wo ich das erste Mal so was wahrgenommen habe, wo ich sagte, das fasziniert mich, das begeistert mich und das war, wenn ich so an meine Sportler-Sachen denke, das war dann mal Björn Borg bei Wimbledon, das war so ein Moment. Boris Becker? Nee. Doch bei mir war es Boris Becker. Also bei mir war es so Björn. Bei mir fing es mit Boris Becker an. Björn Borg, John McEnroe, Wimbledon, so ein episches Moment, da ist Wimbledon, da ist Björn Borg, wow, da war die Familie vom Fernseher, dann gab es 1984 die Olympischen Spiele in Los Angeles, nächstes großes Ereignis, Olympische Spiele, dann gab es diesen Rocketman, der in Los Angeles ins Stadion geflogen ist, ich war völlig fertig, seitdem habe ich die Olympischen Spiele aufgesucht. Wie alt war es denn da? Da war ich 13. Okay. 71 geboren. Und das hat mich ganz begeistert und Tour de France hat mich begeistert, letztendlich durch diese Momente, wenn die Bergetappen gefahren wurden, wenn Zeitfahren waren, wenn ich die wichtigsten Momente einfach kurz rausziehe, nur als Bilder im Kopf, dann ist es Marco Pantani fliegt Alt-Duez hoch. Marco Pantani fliegt wahnsinnig, Alt-Duez hoch, das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ulrich steigt ihm hinterher, hat 30, 40, 50 Sekunden gekriegt, Casagrande und Ries dann auf den Plätzen. Aber das war ein Ding, wo ich dachte, ich muss nach Alt-Duez, ich muss mir das angucken. Das war ein Moment, der richtig war. Dann Zeitfahren, Ulrich beim Zeitfahren, dann drehte er seine Mütze nach hinten, also von Helm war gar keine Rede. Das sind so die Sternstunden, die mir so in Erinnerung geblieben sind, wo man so Momente hatte, ja, das wäre es einfach so. Und natürlich der Tod des Italieners, Casatelli, der live im Fernsehen zu sehen war, der hat mich richtig erschüttert. Den habe ich nicht mitbekommen. Okay, der ist 1995 verunglückt und das war live im Fernsehen bei einer Abfahrt. Das war das Team Motorola, wo auch Lance Armstrong drin war. Der ist gegen so einen Pfeiler gefahren und die Bilder waren im Fernsehen und ich war wirklich schockiert, tiefst schockiert und traurig, was da im Fernsehen zu sehen war. Und noch trauriger waren dann zwei Sachen, die aber im Kopf hängen bleiben. Das war die Bild-Zeitung, die ich dann gesehen habe, die das ausgeschlachtet hat, wo ich mir schon mal gesagt habe, diese Zeitung kaufe ich auf gar keinen Fall irgendwann mal. Wie kann man das machen, diese blutenden, auslaufenden Köpfe zu zeigen? Und am nächsten Tag, das war, glaube ich, noch mal so, es ist vielleicht ganz komisch, dass ich das sage, aber das Bild, was hängen geblieben ist, was auch die Tour de France macht, am nächsten Tag, nach dem Tod des Teamkameradens, ist das Team Motorola als Team geschlossen über die Ziellinie gefahren. Also der Etappe. Das heißt, das ganze Team, alle verbliebenen Fahrer, sind vor dem Feld gefahren, ganz alleine. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war wirklich, also ich habe nicht geweint, aber ich war sehr, sehr berührt. Das hat mich mitgenommen. Es gibt ja so Momente, wo dann sowas berührt. Also ich erinnere mich an Robert Enke oder so hier an Lohmann. Naja, klar. Sachen, die berühren, obwohl man den Menschen nie gesehen hat. Ja, aber das sind so, es sind so ein paar, vielleicht vier, fünf Bilder im Kopf, wo man denkt, Du warst schon Radsportler, als du Triathlet? Naja, ich war ja Radsport am Rande gemacht. Ich bin eigentlich Schwimmer und dann haben wir das mitgemacht und man hat das dann verfolgt. Aber wie ich dir auch schon sagte, ich bin ja gar kein Leichtathlet, aber habe trotzdem immer, Karl Lewis super gefunden und habe mir das alles angeguckt und Thema auch so Momente im Leben, weil wir hier so ein Rad haben mit Scheibenrad hinten und vorne, das habe ich mal mitgebracht aus meiner Sammlung, Los Angeles 84, als das erste Mal auf der Bahn Scheibenräder gefahren wurden, ich war völlig fertig. Als Papa, das will ich haben. Ja, cool. Also meine Tour de France Erlebnisse, ich hatte mit Radsport und Radfahren überhaupt nichts am Hut. Okay. Und bin, glaube ich, 96, 97, 96 schon da ein bisschen mit eingestiegen, aber ich würde eher sagen, so als Konsument, so als Otto Normalverbraucher, der ja noch gar keine Ahnung von Radfahren hat. Das heißt, ich habe dann gesehen, wie Jan Ullrich eigentlich schneller war als Bjarne Ries, aber nicht durfte und so weiter. Das war dann 96, 97 hat er ja gewonnen. Genau. 96 ist er noch Zweiter geworden und das waren so die ersten Berührungspunkte, die ich auch noch im Kopf habe. Und ich glaube, 97 hat doch Bjarne Ries sein Zeitfahrrad auch in die Ecke geschmissen. Der Bumerangwurf. Ja, genau. Und dann natürlich die Jahre drauf mit Lenz Armstrong. Der ist mir natürlich im Kopf geblieben, weil der immer wie so eine Nähmaschine da hochgefahren ist. Und da war es dann auch irgendwann so, dass ich dann selber mein erstes Rennrad hatte und natürlich versucht man, das dann zu imitieren, auch so schnell hochzufahren oder was auch immer, mit schneller Trittfrequenz und so weiter. Wie auch immer die das gemacht haben damals. Aber das war so mein Einstieg. Und ich habe tatsächlich auch natürlich diese Bergheter. Ich war Student zu der Zeit und da habe ich teilweise den ganzen Tag geguckt. Was ich heute nie wieder machen würde. Heute verfolge ich die Tour de France, aber man guckt das ja irgendwie anders nicht mehr und nimmt sich das auf und guckt vielleicht die letzten Kilometer. Damals den ganzen Tag das geguckt und dann losgefahren mit meinem Mountainbike, irgendein gebrauchtes altes Mountainbike losgefahren und meine erste 50-Kilometer-Tour gemacht. und mich gefühlt wie einer mit einem gelben Trikot, in Anführungsstrichen. Also man hat ja dann, und das war mein Einstieg eigentlich zum Radfahren. Ich war Basketballer damals noch, habe vielleicht auch noch bestimmt bis in die 98er, 99er Basketball gespielt und dann irgendwann das erste Rennrad mir für 3.000 Mark damals in Cannondale gekauft. Und dann ging es los. Das war dann mein Start überhaupt, Rad zu fahren. Also ein Triathlon ging und der Triathlon kam erst später dazu, weil ich im Winter nicht Rad gefahren bin. Ich dachte, was machst du denn jetzt? Ich bin mir jetzt schwimmen gegangen und auf und zu mal laufen. Im Winterradfahren war ja keine Option. Nee, nee, genau. Aber das muss man ja schon sagen, dass das natürlich die Leute auch aufs Rad bringt. Und das war wirklich eine spannende Zeit. Auch wenn natürlich das im Nachhinein so ein bisschen betrübt wird, weil die natürlich da alle gedopt waren zu der Zeit. Aber es war spannend, also oft auch spannender als zu heutigen Zeiten. Muss man auch sagen, ne? So einen alleinigen Ritt. So richtig interessant fand ich es nach Ulrich Sieg, gar nicht mehr so. Nee, nee, also die letzten, dann war ja immer diese Phasen, wo einer so dominiert hat. Und das ist das erste Mal, dass die Tour wirklich wieder richtig, richtig spannend und richtig Spaß macht, ist eigentlich dieses Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese Woche finde ich super. Kommen wir sicherlich noch zu. Genau. Das ist dann vielleicht der aktuelle Teil, ja? Freue ich mich drauf. So, und jetzt ist es so, dass du natürlich auch viel, ja, du warst selber bei der Tour de France mal als Fotograf unterwegs, du hast da viel, weißt da viel drüber. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, vielleicht ein bisschen was zu lernen. Ich habe deine, nämlich deine ganzen Notizen, die nicht unerheblich sind, noch gar nicht durchgelesen hier. Ja, ich habe mir nur so ein paar Stichpunkte aufgemacht, damit ich die Frage nicht verliere. Die Geschichte der Tour de France, dass das 1903 angefangen hat, das kriegt man vielleicht noch auf den Schirm und dass das gelbe Trikot jetzt 100 Jahre alt ist, kriegt man auch gerade mit. Ja, aber hast du ja schon einen entscheidenden Punkt gesagt. 1903 und 1919, das sind ja, muss ja was gewesen sein. Also ich habe übrigens bei der Tour de France tatsächlich das Gefühl, dass die jedes Jahr ein 100-jähriges oder ein 50-jähriges Jubiläum haben. Irgendwas finden die immer, was 100 Jahre alt ist. Jetzt ist es das gelbe Trikot, dann war es irgendwie dies und das. Aber wie fing das Ganze denn an und warum fing das an? Weil ich meine, du weißt auch, wie überhaupt die Tour de France entstanden ist. Ja, also willkommen in Dens History Talk. Für die, die es interessiert, ansonsten weiterspulen. Das ist schon sehr umfangreich. Das Jahr 1900 ist auch natürlich geschichtlich sehr interessant zu sehen, weil da ist viel passiert, was den Automobildurchbruch bedeutet. Da kamen Autos auf. Da war Fahrrad und Auto, da gab es so eine Umstimmung. Dann ging das los mit den Reifen. Da haben wir neulich auch mal einen Podcast gemacht. Dann gibt es da Berichterstattungen. Damals waren für Leute interessant, wenn die irgendwelche Autorennen, was Beklopptes in der Zeitung gelesen haben oder verrückte Fahrradrennen. Das war so die Stimmung, die da so herrschte. Man hat das auch nur in der Zeitung gelesen. Man hat das ja nur in der Zeitung gelesen. Wir sind ja selber in dem modernen Leben. Aber es gab nichts Netflix, Fernsehen, YouTube. Das gab es ja nicht. Und es gab die Zeitung. Und das ist ein entscheidender Faktor, dass ich als Zeitung ja irgendwas habe, über was ich dir berichte. Und dann gab es die Zeitung Le Velo. Die hat über diese Rennen, die es dann gab, wie Paris, Brest, Paris berichtet. Und damals die Fernfahrt Bordeaux nach Paris. Das war früher auch ein ganz beliebtes Rennen. Das ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Da waren auch irgendwie, ich will es nicht falsch sagen, aber roundabout 500 Kilometer so ein Tagesrennen. Und darüber hat halt die Zeitschrift berichtet und ihre Auflage mitgemacht. Und diese Zeitschrift hatte eine politische Meinung. Da gab es so eine Affäre, eine Dreifuß-Affäre, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber die hatte eine politische Meinung, die sich mit vielen anderen Industriellen politisch nicht gedeckt hat. Zum Beispiel mit der Meinung von Herrn Clement, mit Herrn Dion, woher die Automarke entstanden ist, Dion Botten und die Michelin-Brüder. Und die haben sich damit nicht politisch geeinigt. Und die haben dann gesagt, wir machen eine eigene Zeitung. Also die Zeitung, die eigentlich über die Radrennen berichtet hat, die wollten sie nicht mehr unterstützen. Und dann haben sie eine eigene Zeitung gemacht. Die hieß dann Leoto Velo, also Auto Fahrrad. Das heißt, die eine Zeitschrift, ich sage es jetzt in Deutsch, hieß nur Fahrrad. Und das Konkurrenzblatt, was dann auf den Markt kam, auch um die Jahrhundertwende, hieß dann Auto und Fahrrad. Dann wies dann, dreimal darfst du raten, zu welchem Streit es natürlich kam. Was glaubst du, was war der erste Streit? Zeitschrift 1 gegen Zeitschrift 2. Du kannst die Zeitschrift nicht auch Fahrrad nennen. Ach so, okay. Das heißt, Namensrechte. Und dann kommt dieser kuriose Moment, den wir uns mal überlegen müssen. Die eine Zeitschrift heißt Fahrrad und die andere Zeitschrift heißt Auto. Und die Zeitschrift Auto muss natürlich jetzt, und unterstützt übrigens von den Herren, den ich gerade gesagt habe. Ja, also die mussten natürlich jetzt Stoff bringen, worüber die Zeitschrift berichten konnte. Und natürlich ist es ja alles, der Clement hat ja den Citroën unterstützt. Und der damals der Auto... Clement ist der Herausgeber oder wie? Nee, im Prinzip sind es vier Leute, die diese Zeitschrift finanziert haben. Ich muss es kurz mal eben, ich hatte es nochmal, Adolphe Clement, dann der hat den André Citroën später mal unterstützt, die Michelin-Brüder waren dabei. Und ich kann es so schlecht aussprechen, der damalige Hersteller Dijon-Butten... Das ist ja im Grunde eine Lobby-Zeitschrift dann. Genau, eine Lobby-Zeitschrift. Aber eigentlich alles Autoindustrie, ja. Also alles Auto. Die Zeitschrift hieß ja auch Le Auto. Mit dem Problem, dass Autorennen dann verboten wurden. Weil es zu viele Tote damals gab. Über was soll denn jetzt die Zeitschrift berichten? Und dann gab es den eingesetzten Chefredakteur, den man dann als Gründervater nennt. Das ist dieser Henri Desgranges, der auch Rennfahrer war. Und der hat dann gesagt, mit der Idee kam, die dann in der Redaktion, wir müssen vielleicht mal was machen, nicht ein Tagesrennen, so wie jetzt zum Beispiel Bordeaux nach Paris. Oder was es dann alles so für Rennen damals gab. Sondern wir machen eine Rundfahrt. Eine Tour durch Frankreich. Und dann ist es natürlich klar, es gab auch Geld. Die haben dann, glaube ich, 20.000 Fr. ausgerufen. Und der Sieger sollte 3.000 oder 4.000 Fr. kriegen. Und haben das halt in der Zeitschrift beworben. 1903. Wir planen eine Rundfahrt durch Frankreich. Und ihr kriegt alle Geld. Also mit Geld gelockt. Rein, es war so eine Sache. Und wenn man jetzt sich überlegt. Aber Rennfahrer gab es ja dann schon, ne? Rennfahrer, Profifahrer gab es ja schon. Obwohl es gerade noch gar nicht richtige Straßen gab. Nee, genau. Und das war also, jetzt habe ich viel erzählt, aber damit ist es losgegangen. Im Prinzip eine Automobilzeitschrift, musste ja irgendwas haben. Okay. Und die haben dann im Prinzip über die Tour de France berichtet. Und dann ging es los mit dem, der allerersten Tour de France, hast du richtig ersagt, dann 1903 mit einem Budget von diesen ungefähr 20.000 Fr. Jetzt müsste man natürlich mal überlegen, was das war. Also ein durchschnittliches Jahresgehalt in der Jahrhundertwende in Frankreich war vielleicht 600 Fr. 500, 600, 700 Fr. Damit man mal überlegen kann. Aber es war schon Geld. War schon richtig Geld. Damit haben die halt gelockt. Und dann gab es, die erste Tour de France waren sechs Etappen. Jetzt habe ich die Zahl mir gar nicht rauskopiert und rausgeguckt, aber irgendwie 2400 Kilometer rund about auf sechs Etappen verteilt. Also ganz anders, als wir es heute gewohnt sind. Heute ist die Strecke nicht viel länger, aber mehr Etappen. Und die Etappen wurden dann aber mit Pausen gemacht. Also nicht eine Etappe, am nächsten Tag die nächste, sondern eine Etappe, Pause, bisschen warten, nächste Etappe. Okay. So waren die Anfänge der Tour. Und einzelne Personen. Also Person A gegen Person B, keine Teams. Ja, ja. Da gab es ja auch noch keinen. Das Teamfahrzeug wäre auch teuer gewesen. Das Teamfahrzeug wäre unbezahlbar gewesen. Wir hatten genug Probleme, alles zu kontrollieren, dass die auch nicht schummeln. Und es wurde viel geschummelt. Ja, ja. Aber ist das denn nicht so ein bisschen vergleichbar wie heute mit den Brevets, wo man an irgendwelche Stempelstellen fährt? Genau. Nur bei den Brevets hast du nichts davon, wenn du schummelst. Genau. Bei der Tour de France kriegst du Geld. Ja, ja. Also das ist ja der Sumpf, in den wir später mal kommen, die Tour de France. Seit 1903 geht es um Lug und Betrug und Schummeln und Doping und es geht ja auch um Geld. Ja, ja, ja. Klar. Das war schon bei der ersten so. Okay. Da sind Leute in Autos gestiegen oder haben sich am Auto festgehalten, weil es gab ja keine Fernsehkamera. Ja. Da hat der Quentler sich mal 50 Kilometer an den Zitrön gehängt. Den Zitrön gab es auch gar nicht, aber ans Auto gehängt. Ja, ja. Ja, das hat ja Nibali letztens auch wieder geschafft. Mit eingefangen von der Kamera. So blöd muss man auch erstmal sein. Ja, aber das war einzelne Starter, Mann gegen Mann. Und die Anfänge der Tour waren dann genauso, wie du es heute kennst. Ja, die Zeit wurde dann ausgewertet und wer am wenigsten Zeit gebraucht hatte für die sechs Etappen. Hat das denn schon, weißt du, ob das denn schon einen Impact hatte bei den Leuten, dass das Interesse da war? Oder war das eher so lief, dass unter ferner Liefen als Randsportart? Die Zeitschrift ist dann in den Auflagen grandios gestiegen und es ging nur darum, die Auflage der Zeitung zu steigern. Okay. Also es hat funktioniert. Ja, erstmal eine Zeitung, die wenig Auflage hat. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Hat funktioniert. Das war dann eine der auflagenstärksten Zeitungen bis zu einem gewissen Punkt, als dann nämlich wenige Franzosen gesiegt haben. Also es kam ja dann, ist ja klar, Frankreich, Nationalstolz, nicht? Und wenn dann zu viele Belgier gewinnen, es gab dann so eine Phase, wo wenige Franzosen gewonnen haben. Aber es ist dann schon international gewesen, dass nicht nur Franzosen gestartet sind? Bei der ersten Tour de France waren ein oder zwei Deutsche am Start. Okay. Ich glaube hier, der, wie hieß der erste Sieger der Deutsche bei Paris-Roubaix? Paris-Roubaix, die erste Austragung vor 1900, hat auch ein Deutscher gewonnen. Okay, weiß ich nicht genau. Fischer. Okay. Ich glaube Fischer. Fischer war auch am Start. Also der erste Deutsche, der die Paris-Roubaix-Fahrt gewonnen hat, der war auch bei der allerersten Tour de France dabei. Okay. Also war schon international. Ah, cool. Und die mussten halt einfach mit Geld gelockt werden. Also es ging halt um nichts anderes. Also es ging auch nicht um eine Ehre oder so. Es ging um Geld verdienen. Okay, verstanden. Ach so, und dann gab es halt, wie das so ist, dann gab es andere Länder, die dominiert haben und stundiert die Zeitung. Keine Franzosen, die gewinnen, die da vorne sind. Wie ist es denn heute? Alaphilippe, Franzose, die Leute sind völlig fertig in Frankreich. Begeistert. Ja, das erste Mal, das ist jetzt dieses Jahr, das ist das erste Mal seit Hino, glaube ich, dass ein Franzose wirklich berechtigte Chancen, zwei Franzosen berechtigte Chancen haben, zu gewinnen. Hino oder halt Alaphilippe. Ja, kommen wir im zweiten Teil sicherlich zu, gell? Genau. Und die, die, die haben doch zwischendurch, also es geht ja heute und auch damals nur um die Gesamtzeit, wie lange bin ich die Tour gefahren und der, der am schnellsten die gesamten Etappen gefahren ist, gewinnt. Das heißt, die Zeiten werden zusammen. Das war ganz am Anfang so und ist heute so. Genau. Und zwischendurch war es mal anders. Da gab es Punkte. Okay. Also, die Anfänge der Tour waren so, wie sie heute auch sind. Wir wissen ja, so wie die Zeitabstände. Aber wer das noch weiß, es wird halt einfach die Zeit zusammengerechnet. Du fährst den einen Tag 10 Stunden, den anderen 5 und dann hast du 15 Stunden und wenn einer 16 Stunden gefahren ist, liegt er hinter dir und wenn einer 14 Stunden gefahren ist, vor dir. Und da sind Zeitabstände, da wackeln einem die Ohren, weil ich glaube, die Ersten, die sind immer so ein paar Minuten auseinander, aber da hinten, so irgendwelche Sprinter, die dann die Berge nicht hochkommen, die liegen dann auch mal Stunden hinter den Führenden. Das gab es früher auch. Die Anfänge der Tour waren noch schlimmer, weil du durftest gar keine Hilfe annehmen. Also, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Die Anfänge der Tour waren so, dass du musstest ja, wenn du der Bevölkerung, die so eine Tageszeitung dann bekommen soll, die musst du ja richtig was bieten. Also lange Etappen von über 400 Kilometern, das war die Regel. Keinerlei Unterstützung. Du, du Fahrer, musst ganz alleine das schaffen. Du darfst dir keinerlei Hilfe nehmen. Das ist ja hochinteressant, weil ich meine, beim Ironman ist es heute auch so, ne? Ja. Ja, gut jetzt, also du als normaler Athlet darfst dann höchstens von den offiziellen Stellen was annehmen. Genau, aber da ist es auch so, als wir Frodeno die Verletzung hatte am Rücken und sonst wie keine Behandlung. Ja. Der muss selber klarkommen und den Reifenwechsel, bei dem wir jetzt auch besprochen hatten, bei Lange, muss der selber machen. Reifenwechsel? Kann nicht. Ja, ja. Das waren auch die Anfänge bei der Tour und dann, weil wir das mit den Zeitabständen gab, es gab so ein klassisches Ding, wo einem mal die Gabel gebrochen ist auf dem Abfahrt vom Tourmalet und dann ist er, wird auch glaube ich immer erzählt bei der Tour, dann hat er das Rad geschultert und ist runtergegangen vom Berg in die Schmiede, in der Dorfschmiede musste er selber, er musste selber seine Gabel schmieden und in Ordnung bringen. Das durfte nicht der Schmied machen. Das durfte nicht der Schmied machen, es kommt noch besser, wie man, nein, Entschuldigung, wir sind im History Talk hier und wenn du eine Schmiede kennst, also ihr habt jetzt, ihr hört jetzt den Ton, aber ihr wisst ja, dass man bei einer Schmiede ja Luft betätigen muss, also ein Blasebalg betätigen muss, also muss den Blasebalg betätigen und schmieden und er hatte einfach einen Jungen gesagt, hier betätige mal den Blasebalg, ich schmiede hier. Dafür hat er eine Strafe gekriegt. Also das war das Thema, wir schweifen ab, das war das, keine Hilfe, einzelne Fahrer und Zeitwertung und dann hat er irgendwie damals, um die Story zu Ende zu machen, nochmal locker vier Stunden verloren, vier Stunden, weil Schmiede und dann kam ein anderes System mal zwischendrin rein, das war dann einfach Punkte. Das heißt, du gewinnst die Etappe als erster, hast du einen Punkt. Du kommst als dritter rein, jetzt weiß ich nicht, ob es zwei, drei, vier, fünf Punkte war, das weiß ich nicht mehr, aber du kriegst halt, je nachdem, einen höheren Punkt, wenn du später reinkommst und derjenige, der nach den sechs oder zehn Etappen, es wurden ja mehrere Etappen, am wenigsten Punkte hatte, dann hat derjenige gewonnen, der am wenigsten Punkte hatte und nicht die Zeit. Verstanden. Das war mal zwischendurch eine andere Sache. Und was fändest du denn heute besser? Ich finde das mit der Zeit nicht doof. Das ist halt die Frage. Ja, aber natürlich gibt es auch nur eine bestimmte Fahrerkategorie, die das gewinnen kann durch die Berge und Zeitfahren und sonst wie und so ein Sprinter, der geht ja halt immer leer aus, was das Gesamtklassement. Stell dir mal vor, die würden heute ein Reglement machen und du hast 150 Fahrer und es gibt 1 bis 150 Punkte zu verteilen. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil du natürlich, wenn du die Etappen entsprechend legst, dass die Sprinter gewinnen können, dann kriegen die die Punkte. Bei 20 Fahrern oder 40 Fahrern über 400 Kilometer mit Abständen von zig Minuten, da konntest du auch jeden stoppen, während es Platz 1, Platz 5, Platz 10 ist. Heute geht es ja elektronisch auch mit der Zeitstoppung viel einfacher, wobei ja heute auch immer noch Regeln jedes Jahr geändert werden. Die Strecken ändern sich, die Strecken sind viel kürzer als noch vor 15, 20 Jahren. Das ist auch ein sehr schöner Punkt. Um das Rennen spannender zu gestalten. Dann gibt es Zeitbonifikation, die es dann mal gab, mal wieder nicht gab, wo du dann mal 6 Sekunden oder sowas im Ziel nochmal zusätzlich kriegst. Da hat der Alaphilippe auch natürlich, glaube ich, ich glaube mindestens 30 Sekunden jetzt noch eingesammelt. Das ist auch ein sehr guter Stichwort. Wenn wir auch bei den Punkten sind, sich selber nur helfen, gibt es ja eine ganz kontroverse Diskussion auch darüber, was heute alles erlaubt ist. Die Fahrer haben Funk. Das heißt, es wird durch Funk durchgesagt, oh, wer ist in der Auslagergruppe? Und dann wird halt hinterher gestiegen oder nicht hinterher gestiegen, je nachdem, wer da ist. Und dann gab es eine Etappe jetzt auch wieder aktuell, das kann man, glaube ich, jetzt mal zwischen mit reinschieben, wo 40 oder 45 Leute in der Fluchtgruppe drin waren, aber die Teams mindestens eine halbe Stunde gebraucht haben, um erst mal zu wissen, ob sie die gehen lassen können oder nicht. Weil wenn da einer zu nah am Gesamtklassement ist, lässt man die natürlich nicht gehen. Und diese ganzen Hilfen, die man heutzutage hat, da hat die Sache, ja, soll man Power-Meter verbieten, weil die Leute nur noch auf ihr Display gucken und nicht mehr sozusagen in die Vollen gehen und nicht mehr überpacen, weil sie ja genau wissen, wie viel Power sie treten können. Da gibt es ja immer wieder kontroverse Diskussionen. Darf das genutzt werden oder nicht? Also da... Und die Tour hat immer viel geändert. Also so wie wir sie kennen, war sie nicht immer. Und diese Diskussion kam in den letzten Jahren auch auf, weil es halt auch zugegebenermaßen die letzten Jahre auch immer langweiliger wurden, muss man auch sagen. Und die Kultur hat immer wieder gedreht, weniger mit... Also die Zeitfahren alleine, 27 Kilometer Zeitfahren nur noch. Statt 50, die wir früher von Jan Ullrichs Zeiten kennen. Es gab Zeitfahren 130. Ja, und jetzt sind wir bei... Es gab mal einen Zeitfahren, Entschuldigung, aber fällt mir gerade mal so ein, die Tour lebt ja auch von Anecdoten, da wurde mal ein Zeitfahren von, ich glaube, 130 Kilometer gemacht und da hat ein Fahrer mal, Thema Reglement, Reglement, ein künstliches Trikot, nicht künstlich, wie nennt man das denn? Ein synthetisches Trikot getragen. Ja. Und kein Volt-Trikot. Das war verboten. Okay. Gab Staffe. Aber das ist tatsächlich... Für uns heute undenkbar. Also die ist immer in Bewegung, wird immer moderner angepasst. Es gibt 100-Kilometer-Etappen, die es früher undenkbar gewesen waren. Früher war alles über 200, 300 Kilometer, 500 Kilometer. Also kommen wir da mal ganz kurz zu. Also ganz oft war die Tour de France 5000 Kilometer lang. 5000. Und bis in die 80er Jahre hin war durchaus gängig 4.000 bis 5.000 Kilometer. Erst später ist sie einfacher geworden. Vorbei, ja auch böse Zungen behaupten, dass das Streckenprofil, so wie sie es dieses Jahr gemacht haben, ja für die Franzosen gebaut wurde. Aber es wurde sowieso schon immer an die Franzosen gedacht. Immer. Gab es nicht auch mal eine Zeit, wo es gar nicht um die Einzelpersonen ging, sondern um Mannschaften? Nee, es ging immer um die Einzelpersonen. Aber für die Zeitung war nur wichtig, Hauptsache es gewinnt ein Franzose und kein Berger. Oder wer anders. Und dann haben sie umgestellt. Auf das Punktesystem? Nee, auf Nationalmannschaftsteams. Ach so, das meine ich ja damit. Genau, das heißt, es war dann mal eine Zeit, wo dann... Also wir waren ja, jetzt sind wir in der History, also die Anfänge waren eine Person, die nächste Person und alle unter... Also nicht Freunde untereinander, keine Helfer, alle, jeder gegen jeden und die Nationalitäten gemischt. Als dann so viele Belgier gewonnen haben und die Auflage stagnierte, kam dann die Redaktion auf die Idee, wir machen Nationalmannschaften. So. Und das, was wir heute kennen, sind ja kommerzielle Teams. Team Sky oder was wir jetzt halt... Mit unterschiedlichsten Nationalitäten. Jumbo oder wie... Du weißt ja, wie die ganzen Teams... Na gut, es gibt immer noch... Die Tina-Teams werden Ländern zugeordnet, also Bora Hansgrohe ist ein deutsches Team. Richtig, aber es fährt ja auch Peter Sagan drin. Genau, genau. Der ist nicht deutsch. Ja, ja. Und das war damals dann nicht so. Die Idee war dann, Nationalmannschaften bei der Tour de France an den Start zu schicken. Also die deutsche Nationalmannschaft, die französische Nationalmannschaft. Ich kriege nicht alle auf die Kette, ich versuche es mal. Die deutsche war dabei, die französische war dabei. Ich glaube, dass Spanien eine eigene hatte, Italien eine eigene hatte, Belgien eine hatte. Ich weiß nicht, ob die Niederländer eine hatte und der Rest war eine Nationalmannschaft. Österreich zum Beispiel gab es nicht. Da musste ein Österreicher, da sind wir ja gut drin, da musste ein Österreicher zum Deutschen gemacht werden, damit er bei den Deutschen mitfahren durfte. Aber die Idee war, Nationalmannschaften zu haben, um klar zu machen, da ist klar, dann ist die Chance, dass ein französischer Sieg kommt, größer, weil das Team, schon der Teamgedanke geboren wird. Wir wollen Nationalstolz nach vorne bringen, wir wollen einen französischen Sieg. Und das hat auch sehr gut funktioniert, die Auflage ist wieder gestiegen. Die ist dann irgendwann mal, glaube ich, auch weit über 100.000. Aber das war das System Nationalmannschaften und als Weiterführung des Nationalmannschaften, damit auch ganz sicher ein Franzose gewinnt, war dann nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch das Helfen erlaubt. Das, was wir heute ganz normal kennen. Dein Rad ist kaputt, du bist der Teamleader, Gerard Thomas' Rad ist kaputt, dann kriegt er das Rad vom Teamkollegen, bevor er das Auto kommt. Das war dann der nächste Punkt. Du hast eine französische Nationalmannschaft, der eine, der Führende, hat ein kaputtes Rad, dann kriegt er das Rad von dem anderen Kollegen und der gibt auf. Also dieser Gedanke, der dann kam, war dieser nicht nur Mannschaftsgedanke, sondern auch das Helfen. Und wie wir es dann heute kennen, ist dann praktisch die neueste Generation, dass man halt dann umstellt von Nationalmannschaftsteams auf kommerzielle Teams. So wie wir es heute alles kennen. Aber das ist so, wie es jetzt ist. Es ist ja zumindest seit ich denken kann, sowieso schon immer so und das macht ja im Normalfall auch immer Spaß zuzugucken. Also die Tour ist ja auch heute nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Franzose gewinnt. Das ist trotzdem ein Spektakel in dem Land. Ja, ja, aber dass ein Franzose gewinnt, das ist wichtig. Ja, ja. Okay, dann ging es ja irgendwann los mit diesem gelben Trikot. Hast du da Infos zu, wie das mal entstanden ist? Da hast du jetzt ja gerade durch die aktuelle Tour, hat es auch, glaube ich, dann fast jeder mitgekriegt, dass das gelbe Trikot jetzt Jubiläum hat. Aber ja, die Tour älter ist als das gelbe Trikot. Die Antwort ist ganz, ganz banal. Die Zeitschrift Auto, also Le Auto, die wurde auf gelbem Papier gedrückt. Ah ja. Und deswegen hat man dann, damit der Führende besser im Feld erkennbar ist, war dann 1919, deswegen 100 Jahre, hat dann die Zeitschrift gesagt, hier das Trikot, das gelbe Trikot für den Führenden. Okay. Also ganz banale, also einfache... Und diese anderen Trikots kamen dann nach und nach dazu wahrscheinlich, ne? Ja, du kamst ja gerade zu dem Jubiläum. Die Tour hat ja immer irgendein Jubiläum. Irgendwas lassen Sie sich immer einfallen. Zum 50-jährigen Jubiläum. Also wann war das 50-jährige Jubiläum? Das kannst du deswegen auch ganz gut wissen. Ja. 53. 53. Genau. Habe ich ganz gut gerechnet. Hast du super gerechnet, ohne dass wir es aufgeschrieben haben. Was kam dann für ein Trikot zum 50-jährigen Jubiläum? Das grüne Trikot für den Sprinter. Um denen auch gerecht zu werden. Um denen auch gerecht zu werden, nach dem Punktesystem. Und das hatte dann ein französisches Bekleidungsgeschäft. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Da kam ich vielleicht zu, meine Nichten helfen mir immer. Der hat dann, weil die Farbe grün war, hat dann das Grün genommen. Okay. Und das rot gepunktete kam dann noch später? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wann. Ich glaube, das haben die Franzosen auch erfunden, damit ein Franzose überhaupt was abkriegt. Das war ja dann Véranque damals, der dann zwar die Tour nicht gewinnen konnte, weil er Zeitfahren nicht konnte, aber trotzdem hast du über das gepunktete Trikot ja, also da kann man ja generell mal drüber sprechen, dass die Tour ja nicht nur davon lebt, Gesamtsieger zu werden, sondern jede Etappe, die du gewinnst, das Bergtrikot, das grüne Trikot, alles, was du da gewinnst, ist für dich als Radsportler, glaube ich, extrem wertvoll, weil es deinen persönlichen Wert steigert, deine Pokalsammlung steigert. Und ich habe jetzt Bücher über Radsportler gelesen, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, der eine, der jetzt auch ausgestiegen ist hier aus Deutschland, der mit dieser Magersucht zu kämpfen hatte, wieso komme ich denn da jetzt nicht drauf? Egal, jedenfalls, wenn man das liest, diese Bücher von Radsportlern aus der zweiten Reihe und da war ein zweites Buch auch, wo so ein Helfer, ich verlinke das mal, ich komme nicht auf die Namen, ich kann mir ganz schlechten Namen merken, der war, aber das Buch war hochinteressant, der war einer der besten Domestiken, also Domestik, also der Helfer als Helfer und hat das auch mal erklärt, wie das so ist als Helfer. Dieser normale Radsportler, der hangelt sicher von Vertrag zu Vertrag. Die haben maximal zwei Jahresverträge, verdienen auch nicht viel, vielleicht mal so am Anfang, so wenn sie einsteigen, so 30.000 Euro und dann, wenn sie Glück haben, irgendwann mal ein, 200.000 im Jahr oder mal auch noch mehr, aber so viel mehr ist für so einen Helfer auch nicht drin. Das heißt, jeder dieser Siege dort oder du bist nur in der Tour de France-Siegermannschaft mit drin, das heißt, ein Ineos-Fahrer, der die Tour de France, wo Froome die Tour de France gewinnt und er war Helfer, das heißt, das hat ja einen enormen Stellenwert, da überhaupt irgendwas zu gewinnen. Eine Etappe, ein Trikot oder eben die Gesamtwerfung. Wir können über Geld, da gibt es vielleicht einen Extrapunkt, den du dir notieren willst, da kann ich echt viel erzählen, wenn es denn die Leute interessiert, wie es denn so zustande kommt und wie es denn... Ja, gerne, können wir auch jetzt mit reinschieben, so ist es ja nicht, wenn wir schon mal da... Naja, in der Regel ist das ja, wenn du überlegst, die Tour hat ja keine Eintrittsgelder. Also die Leute, die da an der Straße stehen etc., da gibt es ja schon mal gar keine Einnahmen. Also die Tour lebt ja tatsächlich davon, dass die Etappenorte Geld bezahlen, wo startest, wo kommst du in, wenn du glaubst, die Ortschaft ist einfach zufällig ausgewählt. Nein, das kostet alles Geld. Heutzutage redet man, also die Zahlen, also die Organisation der Tour ist eine private Geschichte. Okay. Und die sind nicht gerade zugänglich mit ihrer Veröffentlichung von den Zahlen. Also nicht ganz so einfach, aber mich interessiert Wirtschaft brennend. Ein bisschen kriegt man dann ja so mit. Und was so durchsickert ist, dass sie so vielleicht mit einem Gewinn von 20, 30 Millionen dann so rausgehen, ist ja nichts. Das soll der Gewinn sein, ist ja ein Witz. Überleg mal, was die Fußballvereine da so durchhauen. Das soll der Gewinn sein? Nach so das? Das ist ja ein Pups. Das heißt, du meinst, die machen mehr? Die machen, ja, Fußball macht ja viel mehr. Nee, ich meine, du meinst, die Tour de France macht mehr, als sie da sagen. Nee, 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 nee. Aber ich wollte nur sagen, das ist schwer an die Zahlen zu kommen. Also wollte ich damit sagen, und diese Etappenorte müssen dann auch schon mal über 100.000 Euro auf den Tisch legen, um da überhaupt dabei zu spielen. Also weit drüber wahrscheinlich. Und im, also das Geld, was auch zu verteilen ist, ist auch nicht so viel, weil es wird ja auch, also es gibt ja im Prinzip keine Einnahmen durch Stadien oder irgendwas. Und es gibt ja auch nur diese... Und die Preisgelder sind jetzt auch nicht das, wo der Radsportler von lebt. Das wollte ich gerade sagen, so der Tour-Sieger, der geht da mit einer halben Million nach Hause. Dafür tritt ein Tennis-Profi, der spielt kein Tennis mehr, wenn er so wenig Geld kriegt. Aber das Tour, ein Tour-Sieg, der holt natürlich, das Geld wird dann woanders reingeholt, über Sponsorings und ähnliches. Genau, und der Tour-Sieger hat natürlich dann Einladungen und der Name und geht dann zu dem Rennen. Normalerweise, meines Wissens, gibt es so ein Tour, kriegt das Preisgeld des Tour-Siegers auch nicht der Tour-Sieger, sondern in die Mannschaft. Na, ich glaube, der Tour-Sieger, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die anderen Gelder, die eingesammelt werden, also was du gerade sagtest, für Etappensieg und alles, was so eingenommen wird, das kommt dann in so eine Mannschaftskasse. Das wird wahrscheinlich von Mannschaft zu Mannschaft irgendwo geregelt sein. Das kommt in die Mannschaftskasse und wird dann geteilt. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Tour-Sieg mehr wert ist als ein Giro-Sieg und noch mehr wert und ein Giro-Sieg ist mehr wert als ein Wuelta-Sieg. Da kannst du mal von ausgehen. Das sind ja die großen Rundfahrten, die man so kennt und wenn du bei der Deutschland-Tour du gewinnst, das ist wahrscheinlich so ein Tropfen auf den heißen Stein oder irgendwelche anderen kleinen Rundfahrten. Was viel mehr interessant ist, das ist auch so, welches Budget wird denn da so ausgegeben für so ein Team? Man hat mal gemunkelt, dass so ein Team Sky damals so 40 Millionen gefressen hat. Das ist ja unvorstellbar. Ja, also das ist natürlich so, dass die Sky ist, glaube ich, ein ganz gut bezahltes. Astana war früher mal ganz groß da drin. Ja, aber ich glaube, Sky, da wurde am meisten Geld reingeballert. Und das ist tatsächlich so, dass, was ich gelesen habe in diesen Büchern, wo jetzt mir die Namen gerade nicht einfallen, gerade der Deutsche, der müsste mir eigentlich einfallen, wie auch immer. Die kämpfen halt um jeden Vertrag. Das heißt, wenn du ein schlechtes Jahr hast, du bist verletzt oder sonst wie, dann wird dein Vertrag aufgelöst, du kriegst keinen neuen oder man steigt dann wieder aus aus dem Radsport, weil es einfach nicht geht. Liebe Kinder, geht in jeden Fußballverein und werdet irgendwie als Traum zweiter Bundesliga-Fußballspieler. verdient mehr als Radfahrer. Ja gut, also das muss man auch immer wissen. Das ist da schon wirklich ein großes Prestige. Ist halt das Prestigestreichst Rennen, das muss man schon sagen. Trikotfarben hatten wir jetzt irgendwie durch. Genau. Wir hatten das gelbe Trikot, wir hatten das grüne Trikot. Das grüne Trikot ist für die Sprinter. Da ist es dann auch so, es gab wenige Fahrer, die beide Trikots hatten. Das war, soweit ich weiß, dass Eddy Merckx und Berner Hinault, die mal gelb und grün bekommen hatten. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn du heutzutage das anguckst, dass die grünen Trikots, die Punktewertung für die Flachetappen besser als Sprinter, mehr Punkte geben als die Bergankünfte. Damit auch klar ist, der Sprinter ist nicht der Gesamtsieger. Also dass es dann getrennt ist. Also es gab mal ein paar, die hatten gelb und grün. Eddy Merckx garantiert, Berner Hinault glaube ich auch. Und dann gibt es ja noch, das gepunktete hatten wir, den Sponsor war eine Schokoladenfabrik. Da spiele ich später ein ganz bisschen. Und das weiße Trikot kennst du auch? Ja, ja, das ist der beste Jungfahrer, aber das ist für mich das Uninteressanteste. Habe ich so das Gefühl, dass mich das, also... Ja, aber es gibt es, ne? Es gibt es, genau. Und dann gibt es noch ein schwarzes Trikot. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Das schwarze Trikot gab es mal beim Giro, nicht bei Tour de France. Was ist denn das schwarze Trikot? Keine Ahnung. Der letzte im Feld. Ah! Er hatte Giro mal. Ach so, und dann muss man noch, dann gibt es ja glaube ich noch... Finde ich aber ganz böse. Die rote Rückennummer ist der für den aktivsten Fahrer. Ich weiß gar nicht, ob Sie es dieses Jahr haben. Habe zumindest keiner der Kommentatoren. und dann glaube ich, gab es auch noch gelbe Startnummern für die Teams und so ein Krams. Für das beste Team, das hat gelbe Startnummern. Wobei die Teamwertung ist glaube ich, da landet man zwar in Paris auf dem Podium, aber ist auch eines der unwichtigeren Dinge. Das wird erst dann wichtig, wenn man relativ weit vorne ist und die letzte Woche das noch verteidigt, dass man den Preis mitnimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Vuelta. Eigentlich ist Giro und Tour de France wichtig und wenn ich dann mich verletzt habe im Frühjahr, dann muss ich halt die Vuelta fahren. Da tust du den Leuten natürlich böse und unbekannt. Ja, aber das habe ich auch in meinen Büchern gelesen, wo dann die es genau so geschrieben haben. Die haben genau so geschrieben, eigentlich will die Vuelta keiner mehr fahren, da sind sie alle kaputt, das Jahr ist vorbei und oft landen da die Leute, die dann den Rest des Jahres aus welchen Gründen oft mit Pech nichts geschafft haben. Trotzdem ist es eine schöne Rundfahrt, das will ich jetzt, ich will die jetzt nicht runtermachen, aber ganz klar, ich verfolge den Giro so ein bisschen am Rande, Tour de France verfolge ich, weil ich richtig Bock drauf habe und Vuelta denke ich nicht mehr drüber nach. Die Zeit spare ich mir. Habe ich früher vielleicht mal als Ulrich da, Ulrich hat ihn, glaube ich, zweimal gewonnen sogar. Einmal gewonnen auf jeden Fall, Dabby hat man dann doch mal reingeguckt, aber sonst. Was hast du noch für schöne Nettigkeiten? Die größten Sieger, also der größte Sieger, den es je gab, ist ja Lenz Armstrong gewesen, der das sieben Jahre dominiert hat. Den kenne ich gar nicht, wer ist denn das? Ja. Wie heißt er? Ja, der steht auch in keinem Ergebnisliste mehr drin. Ach, der ist das? Persona non grata. Also das sind so, da ich mich historienmäßig damit nie befasst habe, sind tatsächlich für mich die großen Namen Armstrong, Ulrich natürlich als Deutscher. Auch in Klöden hat man immer als Zweiten noch mal im Kopf gehabt, der da mal mitgefahren ist um den Sieg. Dann Contador erinnere ich mich und Chris Froome und so Cattle Evans, da muss ich dann schon länger drüber nachdenken. So die Leute, die ihr nur einmal gewonnen habt, die vergisst ihr dann auch schon wieder manchmal. Das sind so die Namen, die ich aktiv miterlebt habe. Bjarne Ries natürlich im ersten Jahr auch. Der Sieg vor Ulrich. Genau. Und dann gab es ja auch Jahre, wo es dann nach der Ära Ulrich und Armstrong, als das Doping war, da war es ja auch wirklich so, dass das Interesse auch so ein bisschen, auch bei mir ein bisschen nachgelassen hat. Dann nicht mehr so ganz euphorisch, wie es dann zu der Anfangszeit war. Zum Thema Doping kommen wir ja. Genau. Doping gab es immer. Ja. Seit es die Tour gibt. Aber es machen wir einen zweiten Punkt. Und wen hattest du, wer waren denn für dich, also ich wüsste jetzt auch keinen, den ich sagen würde, oh, der ist da bestimmt mein größter Sieger, den ich je gesehen habe. So ein Ulrich, das sind alles irgendwie, auch gerade bei den Geschichten, die jetzt, also sind auch viele Geschichten natürlich kaputt gemacht worden. Durch die ging es, also ist jetzt keiner, wo ich sage, ach, das ist jetzt mal ein großer Held, mal ein großes Vorbild von denen, die da mal gewonnen haben. Ja, also meine beiden Persönlichkeiten, die ich in den Vor, also was mich privat selber interessiert, das ist tatsächlich Laurent Fignon, der Franzose, und Greg LeMond, der Amerikaner. Okay. Da kommen wir vielleicht als Story nochmal. Weil du die drei Jahre Vorsprung vor mir hast. Weil ich ein paar Jahre Vorsprung habe, und da komme ich dazu und erkläre dir das, das sind meine Helden. Das sind die größten Sieger. Nein, was heißt, das sind die, die mich am meisten, wo ich am meisten gebrannt habe, wo ich denke, wow, da kommen wir ja zu. Aber wenn wir jetzt sagen, was vor meiner Geburt war und lange auch vor deiner Geburt war, wir können ja nicht alle Fahrer hier nennen, die da auftauchen. Die Liste ist ja unendlich viel und deswegen habe ich mir im Podcast jetzt gedacht, ich nenne jetzt halt einfach die, die die Tour, erstmal nenne ich die Tour, die die meisten Siege haben, also fünfmal gewonnen haben. Es gab also keinen Toursieger, der mehr als fünf Siege hatte. Und Lance Armstrong theoretisch sieben, alle sieben aberkannt. Von daher kann man ja jeder was dazu über Lance Armstrong sagen. Machen wir ein extra Kapitel drüber. Das kann man natürlich polarisiert sehen. Auf der einen Seite, alle anderen haben auch geschummelt. Er hat sie verdient, die sieben Siege. Auf der anderen Seite sagt man, so wie der sich verhalten hat, ist es auch recht. Lassen wir uns das kurz noch vertagen. Also die, die nicht annulliert sind und die halt drinstehen, das war natürlich der Franzose Jacques-Anke Thiel, der fünfmal gewonnen hat. Und das war dann halt die 60er und 50er Jahre, also vor unserer Geburt. Deswegen ein Franzose, der fünfmal gewonnen hat, ist in Frankreich ein Nationalheld, eine Legende. Das brauchen wir gar nicht besprechen. Nach Jacques-Anke Thiel kam dann der Belgier, der Kannibale Eddie Merckx. Genau. Eddie Merckx hat auch fünfmal gewonnen und Eddie Merckx hat alles gewonnen, nachher der Name Kannibale. Eddie Merckx hat alles, was zu machen war. Er hat ja auch jede Etappe da voll durchgezogen. wie gesagt, wir haben gerade gesprochen, er hat das grüne Trikot, er hat das gelbe Trikot, er hat den Stundenweltrekord, er hat alles aufgefressen, was zu fressen war. Und zu Eddie Merckx habe ich ein persönliches, hier steht ein Sammelfahrrad von Eddie Merckx hinter mir und da kann ich viel erzählen, aber das mache ich jetzt mal in dieser Situation und ich mache mal noch als zweiten Teil. Also Eddie Merckx, der Kannibale auch fünfmal gewonnen. Also zuerst mal ein Franzose, der fünf hatte, dann Eddie Merckx, der fünf hatte, dann kam wieder ein Franzose, Berner Hinault und der ist schon, da kommen wir ja zu, ein bisschen fragwürdig, aber der hat die Tour letztendlich auch geleitet, der war dann auch in der Tourorganisation. Fragwürdig komme ich gleich zu, ich überschlage mich sonst, aber der hat auch fünfmal die Tour gewonnen. Dann Lance Armstrong, wie gesagt, eigentlich siebenmal gewonnen, alles aberkannt und Chris Froome hat immerhin schon vier Siege und wenn er jetzt nicht krank wäre oder etc., der ist natürlich immer noch ein heißer Kandidat. Und Miguel Indurain als Spanier, der dann nach Berner Hinault kam, Miguel Indurain, der ruhige Fahrer, der wenig geredet hat, der in sich gekehrte und der hat natürlich alles dominiert von Jahr zu Jahr, wie Lance Armstrong auch. Der hat fünf Siege aufeinander folgend eingefahren. Also Miguel Indurain wurde dann abgelöst durch, was du gerade gesagt hast, wo du dann eingestiegen bist. Miguel Indurain wurde abgelöst durch dann Bjarne Ries. Letzter Sieg, Miguel Indurain war 1995, Bjarne Ries, der Däne, hat dann 96 gewonnen. Und wo war jetzt der Amerikaner abgeblieben? Greg LeMond? Ja, den hatten wir jetzt noch vergessen. Das Entscheidendste von Greg LeMond war in der Zeit 1989, wo dieser Kampf zwischen Laurent Fignon und Greg LeMond war. Ah ja, okay. Die kamen dazwischen, da würde ich eine extra Session machen, wenn ich das darf, weil das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Und ja, wollen wir vielleicht kurz einmal zu Bernard Hinault und Greg LeMond einmal gehen, weil das ist eine Sache, die kennen viele Leute nicht. Okay, gerne. Bernard Hinault hat viermal die Tour de France gewonnen. Und Bernard Hinault soll noch einmal die Tour de France gewinnen. Also auch, damit er zu den großen fünf gehört. Und der damalige Chef von Bernard Hinault hat gesagt, da gibt es diesen Amerikaner aus Kalifornien. Greg LeMond, den kaufen wir. Das ist der neue Shootingstar. Der wird auch mal die Tour gewinnen. Und weil wir vorhin über Geld geredet haben, es ist natürlich nicht ganz verbrieft und nachverfolgbar, aber da wurde, weil du über Helfer sprachst, da hat man Bernard Hinault gesagt, pass auf, wir kaufen den ein, damit du nochmal einen französischen Sieg einfährst, auch wenn du in die ganz große Liga einsteigst. Und dann hat man Greg LeMond gesagt, wir holen dich ins Team als Helfer für Bernard Hinault. Und das erzählst du jetzt mal einen jungen Amerikaner, der ja Chancen hat, die Tour auch selber zu gewinnen. Und da geht es dann um Geld. Angeblich wurde damals eine Million Dollar gezahlt für einen Helfer. Okay. Also im Verhältnis zu heute eine unvorstellbare Summe, um nochmal Bernard Hinault einen Toursieg zu machen. Und dann, deswegen ist das interessant, weil ein paar Sachen müssen wir ja hier mal reinbringen, die neu sind und wo du mal so zuckst. Also es wurde einem Helfer eine Summe gezahlt, die ja völlig, wir haben ja gerade gesagt, der Sieger heute kriegt 500.000 Euro. Man hat also damals 1984 Greg LeMond eine Million gegeben, um als Helfer zu kommen. krass, ja. Und mit dem Versprechen, jetzt kommt das, wenn Bernard Hinault gewinnt, dann gewinnst du im Folgejahr die Tour, weil es war schon klar, da ist ein Superstar aus Amerika und Bernard Hinault wird dein Helfer. Okay. Und jetzt kommt das mit dem kleinen Beigeschmack, so waren die Absprachen. Na ja, dann kommt das Jahr 1996 und eigentlich ist es so, Greg LeMond soll gewinnen, hat er ja auch gewonnen. Aber Bernard Hinault sollte ihm helfen. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, jetzt versetz dich mal in die Sache, du bist fünfmaliger Gewinner der Tour de France und schlecht bist du nicht. Also das fünfte Mal hat er geschafft dann. Ja, ja. Und Greg LeMond wurde dann zweiter. Und jetzt bist du da, jetzt hättest du die, du bist jetzt Bernard Hinault, Ingo. Und du hättest jetzt, du bist ja nicht schlecht. Ja, ja. Du hättest jetzt die einmalige Chance, unsterblich zu werden und sechsmal die Tour zu gewinnen. Und das war eine Sache, Aber hat 1996 nicht Ries gewonnen dann? Äh, 86 sind wir, entschuldige, habe ich nicht versprochen. Ach so, okay, ja, ja. Entschuldige, ich habe mir eine Zehn. Ich dachte, wir sind zehn Jahre. Nein, nein, nein. Ja. Und dann, 86 war dann Bernard Hinault auf dem Ausreißversuch und das war ja nicht die Absprache. Ja. Ja, also wir haben dir jetzt schon mal so viel Geld gegeben, damit du deinen fünften Sieg holen kannst und dann einen Ausreißversuch von Greg LeMond zu machen. Und ich meine, der Ausreißversuch war auch an Alpe d'Huez. Also das war ganz fieser Beigeschmack und das bleibt hängen. Und es bleiben solche Kleinigkeiten hängen nach dem Motto, du hältst dich nicht an die Spielregeln. So war der Deal nicht gemacht. Und dann ist aber Greg LeMond ein starker Fahrer schon gewesen und die sind dann, er hat dann auch die Tour gewonnen aber dieser Beigeschmack ist immer geblieben. Okay. Der ist nie, der ist, und dann hat natürlich Bernard Hinault, das war es dann. Also dann kam Greg LeMond, dann kam die Zeit von Greg LeMond und Laurent Fignon, der Franzose, der auch die Tour gewonnen hatte, war 1989 und deswegen ist es das, wo ich sage, deswegen brenne ich für Laurent Fignon und Greg LeMond. Die Tour de France 1989 hat auch was mit diesem Fahrrad, was du hier im Hintergrund hast, zu sehen, zu tun. Das ist nämlich ein Zeitfahrrad, hinten Scheibenrad, 28 Zoll, die Leute, die jetzt nicht YouTube anhaben, hören das jetzt nur auf Ton, aber ich zeige da kurz hin, das ist ein Zeitfahrrad, wo hinten 28 Zoll Scheibe drin ist, vorne 26 Zoll Scheibe drin ist und das Zeitfahren 1989, Champs-Élysées, die letzte Etappe, Laurent Fignon, klar auf Sieg, letzte Etappe mit, ich weiß nicht mehr welcher Vorsprung, 40, 50 Sekunden Vorsprung oder 30, 40 Sekunden und ein nicht langes Zeitfahren, 20, 30 Kilometer, das kann man ja alles genau nachlesen, habe ich mir nicht rauskopiert, da war klar, es wird wieder ein französer Chateau de France Sieger und dann kam Greg LeMond. Das erste Mal mit dem Auflieger, ne? genau, du bist ja gut informiert. Das habe ich mitbekommen, ja, ja. Das erste Mal den Zeitfahr-Auflieger montiert und das erste Mal einen aerodynamischen Helm aufgesetzt und Laurent Fignon auch vorne und hinten Scheibe, so wie du es hier hinter mir siehst, deswegen habe ich so ein Rad in meiner Sammlung, weil das ist meine Historie, ich finde das geil, aber Laurent Fignon war jemand, der hatte die Brille und hatte einen Zopf, wehendes Haar, also hat, was das angeht, aerodynamisch ganz schön viel flatternde Sache da oben gehabt, heute undenkbar, aber, und hat dann die Tour de France um acht Sekunden verloren, um acht Sekunden, und deswegen ist es so ein Moment, wo ich sage, es sind dann vielleicht nicht die Fahrer, die fünfmal die Tour de France gewonnen haben, die mir als Zuschauer aber, ich könnte den Fernseher ein Stück reißen vor Glück, so viel Dramatik, so viel, Entschuldigung, deswegen ist Hino ja auch, deswegen habe ich auch richtig gehabt, Hino ist der letzte französische Sieger, richtig, genau, das habe ich so jetzt auch in der aktuellen, glaube ich, immer so aufgeschnappt, und deswegen, wir kommen nachher zu dem aktuellen Teil, ehrlich gesagt, das ist ja auch meine persönliche Meinung, die dann später kommt, ich würde mich tatsächlich natürlich freuen, wenn Alaphilippe gewinnt, also ich habe Verwandtschaft in Paris, die mir jetzt ja schöne Hilfestellung zu dem Podcast gemacht hat, das machen wir gleich mal als Scherz, und die freuen sich natürlich, also das ist schon ganz klar, naja, und das waren so die großen Helden, und ja, die dann so zwischendurch kamen, die fand ich dann alles gar nicht mehr so spannend, also meine interessanten Jahre ist leider, mein Gott, Also sagen wir mal so, Armstrong und Ulrich haben mich aufs Rad gebracht, der Kampf zwischen den beiden auch, und dann, das war so das, was hängen geblieben ist, aber so heroisch, heute im Nachhinein, mit den ganzen Geschichten, die dazugehören, auch mit aktuellen Geschichten, die dazugehören, von Ulrich und sonst, da denke ich immer, oh Jungs, so richtige Charaktere, war die auch nicht, Jens Vogt war doch noch mal eine Charaktere, die man alle, die viele gut gefunden haben. Jens Vogt, ja, das ist übrigens eine ganz lustige Geschichte, da kommen wir später nochmal beim Aktuellen drauf, dass die Amis, der Jens Vogt ist, bei irgendeinem Sender in Amerika, ist der Co-Kommentator. Und Jens Vogt spricht so richtig Denglisch, also so richtig deutschen Akzenten, da wird auch gerne mal drüber gelästert, aber der ist in Amerika ja viel, viel populärer als hier in Deutschland. Jens Vogt ist in Amerika der Kracher, also das war mir gar nicht bewusst, dass der, der ist in Amerika wirklich ein Volksheld. Ah ja. Weil der immer, der hat diese Ausreißversuche und so weiter, der bei mir gar nicht so hängen geblieben ist. Ich fand den immer gut. Der hat danach den Namen Soloist mal kreiert, weil Jens Vogt so ein Soloist da da vorne rauskommt. Aber der ist in Amerika super populär und hier in Deutschland hat er so ein bisschen so ein Nischen-Dasein. Ist ja auch der Einzige, dem nie Doping nachgewiesen ist aus dieser Zeit und der es nie irgendwie zugegeben hat. Was nicht heißt, dass er es nicht gemacht haben wird. Dazu will ich. Aber das Ganze ist einer der ganz wenigen, wo nie irgendwie das im Gespräch war. Mit dem, wollen wir das machen als kuriose Sache? Ja, gerne. Also meine Nichten gehen in Paris zur Schule, sind sieben und elf und ich hatte denen gestern, hatte ich die angerufen, habe gesagt, Mensch, morgen habe ich einen Podcast über die Tour de France und etc. Und dann haben die mir gesagt, der liebe Onkel, das kannst du nicht. Wenn du Französisch sprichst, kriegen wir eine Katastrophe, also kriegen sie eine Krise. Und die sind sieben und elf. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sagen sie, nein, bitte nicht. Bitte nicht Französisch reden. Bitte gar nicht sagen. Und dann arbeite ich hier an ein bisschen Vortippen. Gestern um 22 Uhr kriege ich WhatsApp-Nachrichten von meinen Nichten. Also wie gesagt, sie sind sieben und elf. Und einfach nur noch mal so ein paar Sachen, die ich überhaupt schlecht ausspreche. Also wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt mein iPhone und spiele die WhatsApp-Nachrichten ins Mikro. Soll ich das so machen? Probier das mal, ob das funktioniert. Wir hören es ja auf unseren Kopfhörern. Also die Story ist, wir gucken mal, ob das da ankommt. Aber welches? Also alles solche Begriffe wie das gepunktete Trikot, wie der Sponsor von dem grünen Trikot. Weißt du denn, was was ist, was sie dir darauf gesprochen haben? Nö, aber ich spiele sie jetzt einfach der Reihe nach an. Also es ist natürlich der Tourgründer, die Firma, die das grüne Trikot gesponsert hat, ist nämlich eine Schokoladenfirma, die müssen natürlich die Kinder sagen, ja Moment, ich kann es ja nicht aussprechen, Chocolat Paulin. Und ich kann es gar nicht aussprechen, dann barmere ich mich doch nur noch. Und Belle Jardinière ist die Firma, die das grüne Trikot gemacht hat. Also und genießt es jetzt einfach mal, wie der Onkel von seinen Nichten reingelegt wird per WhatsApp, weil er so eine Niete ist in der Aussprache. Deswegen spiele ich das jetzt vor. Wie mache ich? Ich drücke hier drauf und direkt ins Mikro. Na gut, wollen wir mal sehen, was die mir so für WhatsApp-Nachrichten schicken. Also auch, ich wink mal in die Kamera. Chocolat Paulin. Warte, das ist die Chocolat. Mayo à Poirouge. Belle Jardinière. Henri Descrange. Das Trikot war das gepunktete Trikot. das war das rote, gepunktete. Und dann natürlich schicken die Kinder mir das, was sie interessant finden. Schokoladenfabrik. Und fand das ganz süß. Ich habe um, ich habe die Kinder, wie gesagt, gut, dass die Ferien haben, 22 Uhr, 23 Uhr schicken die mir WhatsApp-Nachrichten. Die sollen noch im Bett liegen. Aber dann haben sie sich wahrscheinlich so viele Gedanken gemacht, dass der Onkel sich jetzt morgen blamiert. Dem müssen wir jetzt noch schnell helfen in der Aussprache. Also, das war ganz, ganz witzig. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Jens Voigt da mit Englisch auch super weit vorne liegt. Der heißt übrigens Jens Voigt. Ja, ja. Tatsächlich nennen die den da so da drüben. Okay. Was hast du auf deiner To-Do-Liste? Worüber wollen wir noch mal reden? Ja, du hast mir auch damals, dass ich dich kennengelernt habe, das hast du mir ja auch schon mal so unterschriebene Fotos geschickt, wo du Leute fotografiert hast bei der Tour de France und die eine oder andere lustige Anekdote zu erzählen, als du bei der Tour selber warst. Also das heißt, du bist tatsächlich so heiß gewesen und hast du da Geld für gekriegt, dass du da mal hingefahren bist? Beides. Erstmal nur privat. Ja. Einfach rein privat. Dann gab es die schönen Digitalkameras, die auch es einfach gemacht haben, da auch eben einfach mal tausende von Fotos zu machen. Ja. Bin dann immer zu den Zeitfahren gereist. Okay. Und weil Zeitfahren hat mich immer interessiert, jeden Fahrer einzeln abzuschießen. Habe alle fotografiert. Alle. Okay. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich alle Fahrer fotografiert habe. Das kommen wir später drauf. Also nicht nur die Klassementfahrer? Ich habe sie alle. Okay. Ich habe alle abfotografiert, zeitfahrenmäßig und dann ab und zu mal ein Bild verkauft. Wie hast du die vermarktet? An die Fahrer selber oder wie? Nee, ein Freund von mir in Kanada, ich habe ja viele Freunde in Kanada, die haben das an die Zeitschriften in Kanada verkauft. Also ich habe natürlich gar keine Möglichkeiten hier gehabt, irgendwas zu vermarkten. Aber der war auch mit mir auf Tour, ein guter Freund von mir, Michael, der hat dann alles in Kanada, also vor allem alles in die kanadische Presse verkauft. Und das war ja auch einfach nur, es war völlig egal, wie viel Geld ich dafür kriege. Hauptsache, ich habe Spaß. Ja, vor allem das mit den Fotos, dass du das gut kannst. Du hast mal beim Triathlon in Peine von mir so ein schönes Foto gemacht. Das ist das beste, also auch ich beim Zeitfahren natürlich. Habe ich ein Foto von dir gemacht. Also das hast du schon drauf. Muss man schon sagen. Dankeschön. Ich habe jetzt natürlich ein paar Fotos jetzt auf die Schnelle, weil der Podcast erst mal nur gestern in der Planung war. Habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber das können wir ja mal nachlegen. Ich habe sie also alle. Ich habe Ulrich, Armstrong, ich habe sie alle, Basso, ich habe sie alle. Und dann habe ich, also immer die Zeitfahren habe ich gemacht. War nie bei den Bergetappen bis auf Col de la Madeleine. Das war die einzigste Bergetappe, die ich mal mitverfolgt habe. Bin nie in den Genuss gekommen bei Alpes. Wie bist du denn da hochgegangen? Nach Col de la Madeleine, mit dem Auto hochgefahren. Also sind wir dann da geschlafen oder wie macht man das? Ja, ja, ja. Also wir sind mit dem Auto angereist. Ein Freund von mir, Steffen, viele Grüße auf diesem Sinne, wenn du das mal hörst. Wir sind zusammen mit dem Auto gefahren, sind den Col de la Madeleine hochgefahren und haben keinen Parkplatz gekriegt am Col de la Madeleine, weil alles voll war. Also das ist ja auch mal ganz klar. Wollt ihr mal eine Bergetappe bei der Tour de France ziehen, da könnt ihr zwei Tage vorher anrollen. Ja, ja, klar. Hätte ich das auch so gedacht. Und dann sind wir den Abend, wir sind schon den Tag vorher angereist und haben keinen Parkplatz gekriegt. Also am Tag selber kannst du gar nichts machen. Du musst schon mindestens einen Tag vorher anreisen. Und dann sind wir oben auf dem Col de la Madeleine angekommen, Zielankunft durchgefahren, immer noch keinen Parkplatz gehabt und sind dann praktisch auf der Bergabfahrt, schon auf der Gegenseite. Da haben wir dann nach 500 Metern einen Parkplatz gekriegt und haben da gezeltet. Heute sieht man ja die Caravans da auch. Ja, aber ich kann dir eine Sache sagen, weil wir Tour erleben und wir erleben hier heute ein bisschen im Podcast viel Anekdoten und naja, wir machen das. Das interessiert doch den anderen. Dann gab es ein Gewitter auf dem Col de la Madeleine da oben. Keine Bäume, nichts. Und du zeltest, ist dir klar, was du machst? Du zeltest auf der Kuppe. Ist dir klar, wie bescheuert das ist? Das ist das, was du deinen Kindern sagst, das machst du mal gar nicht. Runter ins Tal, Kinder. Jeden Alpenwanderer erzählst du, wenn das gewittert. Runter ins Tal, runter vom Berg. Und du zeltest da oben. Fahrraderischer Käfig ist zum Zeitpunkt auch nicht möglich. Und ich kann dir sagen, als gestandener Mann, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Warum sagt er nicht zum Auto schnell gelaufen? Ging das nicht? Naja, natürlich sind wir dann ins Auto gegangen, aber du hast das Gefühl, der Weltkrieg ist um dich drumherum. Es schallt ja ganz anders Gewitter in den Bergen als in Hannover. Naja, klar. Du hast das Gefühl, die Welt geht unter. Das war am Tag vorher. Mann, 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 Mann. Das war doch die einzigste Berg-Etappe. Und Berg-Etappen sind total blöd. Kannst du überhaupt keine Fotos machen. Warum das nicht? Ja, wie willst du ein Foto machen? Hast du ja eine Hand? Ja, klar. Also Berg-Etappe heutzutage. Nur heute stehen ja alle mit ihrem Handy nur da. Die sehen die Fahrer gar nicht mehr vor lauter Handys. Ja. Okay. Gibt es eine schöne, da erinnerst du mich kurz dran, gibt es eine schöne Geschichte an Alpe d'Huez, wo der eine Fotograf den Italiener runterreißt. Machen wir später als Anekdote. Und dann habe ich die Berg-Etappe, habe ich nur Col de la Madeleine mal gemacht. Und Berg-Etappen sind für Fotografen wirklich blöd. Okay. Dann musst du schon wirklich ... Aber die Stimmung ist doch geil. Die Stimmung ist natürlich super gewesen, ganz klar. Also ich würde alles drum geben, ich frage mal meinen Chef, ob wir mal einen Firmenausflug drei Tage zum Alpe d'Huez machen. Dies Jahr ist nicht in der Liste drin. Kein Pontur und kein Alpe d'Huez. Und dann habe ich immer Champs-Elysees, den letzten Tag, habe ich immer mitgemacht. Und da kenne ich mich auch sehr so gut aus. Da gibt es auch eine schöne Anekdote. Also ich habe einen Standort, den ich jedem mal empfehlen kann, der in Paris die Etappe sehen will. Und zwar, wenn ihr jetzt im Fernsehen das seht, es gibt ja acht Runden in Paris, die gedreht werden. Und der eine Wendepunkt durch so einen Tunnel unten drun ist am Anfang von Rue de Rivoli, eine ganz bekannte Straße in Paris. Die Rue de Rivoli ist eine lange Straße, wo dann auch der Teufelslappen ist. Das ist ja dieser Flamm Rouge, diese letzten tausend Meter. Und du kannst also die letzten tausend Meter der Tour fotografieren, wenn du am Ende der Rue de Rivoli stehst. Das heißt, die Fahrer fahren in die Rue de Rivoli rein und kommen lange, lange auf dich zu. Da musst du stehen. Dann fahren sie die Rue de Rivoli lang. Meine Nichten würden mich steinigen, wie schlecht ich das verspreche. Und dann gibt es eine S-Kurve zum Place de la Concorde und dann in den Champs-Élysées zum Sprint. Und da hast du natürlich acht, das ist das Entscheidende, du hast ja achtmal die Chance, die Fotos deines Lebens zu machen. Die kommen ja auch immer vorbei. Und da habe ich natürlich auch die schönsten meiner Tour de France Fotos gemacht. Und die habe ich dann auch verkauft. Und da gibt es Geschichten. Also da soll ich was erzählen? Ja, ja, gerne. Also eine Geschichte mit meinem Kumpel Michael ist der Oberknaller, der Profifotograf und mich als kleinen Adjutanten dabei hatte. Und mein Kumpel Michael hat dann schon gesagt, wir brauchen Leitern. Und das erste Mal, als ich da war, hat er gesagt, pass auf, wir kaufen Leitern, Aluleitern, leichte Leitern mit so fünf Trittstufen. So die man so zu Hause zum Bügeln, hätte ich fast gesagt, so diese kleinen Leitern. Ja, ja, wirklich so wie so ein Tritt. So, du bist ja hier, enjoy your camera. Jetzt erzähle ich dir was. Ja, ja. Und dann haben wir Leitern gekauft. Und wir… Ja, einfach für die Perspektive, dass ihr über die Köpfe fotografieren könnt. du stehst dann am Ende der Rue de Révolée und willst ja die Fahrer fotografieren. Ja, was machst du denn mit den Deppen, die vor dir stehen und die Hände hochreißen? Und so, das geht ja nicht. Die dürfen… Und wenn du nicht eine Presseakkreditierung hast, dann hast du gar keine Chance. Und dann hatten wir halt die Leitern, sind am Abend vorher hingegangen, haben uns mit dem ganzen Equipment und den Schlafsäcken auf den Boden gelegt. Also am Tag vorher auf den Boden mit dem Schlafsack. Und wer sich überlegt, dass du mit dem Schlafsack wie ein Penner in Paris auf dem Boden schläfst, der du denkst, hast du nicht alle Tassen gekauft. Waren die die einzigen oder gab es da mehr? Naja, das machen ja viele. Okay. Und aber auch wirklich, um den besten Spot zu haben. Und wenn du dann auch noch sicher gehen willst, ist, dass dich auch wirklich nicht noch einer wegdringt da und du mal den Spot verlierst, dann hast du halt die Leitern. So. Also wir machen die Leitern hoch und stehen auf die Leitern und fotografieren und die Bilder und sind alle super. Und dann hast du natürlich, nachdem das Rennen vorbei ist, auch das Problem, damals ist es ja nicht so einfach gewesen wie heute. Wie willst du denn die Bilder nach Kanada schicken? So einfach wie heute ist das nicht. Heute kannst du das Handy anmachen per LTE und so. Damals war das gar nicht so. Das heißt, die nächste Sache, die du brauchst, ist, jetzt muss schnell gehen. Die Bilder müssen übertragen werden. Dann gibt es eine schöne Story, deswegen sage ich das so. Wir haben also den Tag vorher auf dem Bürgersteig geschlafen. Du weißt das gar nicht, deswegen freue ich mich, dass ich dir das sagen darf. Wir haben also auf dem Bürgersteig geschlafen, wie die letzten Penner. Und als wir dann natürlich da auf diesen Leitern stehen, dann stehst du da ja mehrere Stunden. Du bist da ja, du sorgst auch für Aufmerks, also du bist der, das sind die cleveren Typen, die eine Leiter dabei haben. Das heißt, du fällst auch wirklich auf. Und dann hat uns jemand angesprochen, der war Pilot für die FedEx. Hier unsere Transportputze. Genau. Der war Pilot einer von diesen Transportflugzeugen und kam aus USA. Und weil wir natürlich mit Michael, der kann kein Deutsch und da halten wir uns nur Englisch, hat er mitgekriegt, dass wir irgendwie was, ja, wir müssen ja irgendwie entweder Engländer oder Kanadier und er hat natürlich mitgekriegt, dass Michael Kanadier ist. Und dann hat er uns angesprochen, ob er auch mal vielleicht auf die Leiter dürfte. Und da, das ist natürlich schon so, du hast ja nur acht Runden und dann habe ich ihm die Leiter gegeben, weil ich der schlechterere Fotograf bin und dann sagte er, du kriegst meine Leiter. Und der war dann so dankbar, dass er auf meiner Leiter stehen durfte und mal live wirklich über die Köpfe von den anderen gucken kann, dass er gesagt hat, ist da was, ich lade dich ins Hotel ein. Aha, FedEx hat für ihre Piloten einen festgemieteten, großen Raum in meinem Hotel, also eine Dauer, wie nennt man das, eine Dauerbuchung in einem Hotel. Und natürlich an Rue de Révolée. Also ich weiß nicht, ob es das Continental war oder was, also schon, naja, purer Luxus. Und jetzt kommt das, deswegen erzähle ich das als kleine Anekdote. Du hast also den einen Tag, wie der letzte Penner, unbezahlt, schlechte Condition, liegst du wirklich auf Beton, um die Tour de France zu sehen. Am nächsten Tag wirst du in die Luxussuite eingeladen. Entschuldigung, das bleibt hängen. Deswegen, sowas bleibt hängen. Hattest du nicht schon auch immer erzählt, dass du deine Leiter verkauft hast? Nee, vermietet. Vermietet? Also das ist die Geschichte mit meiner Frau, war ich auch in Paris. Und da hatten wir natürlich auch zwei Leitern, meine Frau und ich. Mein Kumpel Michael war nicht, weiß ich nicht, ob er dabei war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hatte ich meine Frau im Schlepptau und die war ganz dolle genervt von der ganzen Sache. Die hatte gar keinen Bock, sie zu gucken. Null Bock. 0,0. Liebe Grüße auf diesem Weg. Die hört gar keine Podcasts. Also die hat null Bock gehabt, diese Tour de France zu sehen und wollte halt nur ihre Freundinnen treffen und Kaffee trinken und etc. Und dann hat sie gesagt, ich habe einfach keinen Bock. Ich gucke es mir dann irgendwann mal an und ich gucke mir deine Fotos an, aber ich will hier nicht. Das ist viel zu viel Kummer. Ja, jetzt hatte ich ja eine unbenutzte Leiter. Das ist ja wie, wenn du am Berg eine Cola zu verkaufen hast und 100 Leute wollen deine Cola. Was kostet die Cola? Und dann gab es einen, witzigerweise einen Franco-Canadier. Und der hat dann mitgekriegt, dass meine Frau so gut Französisch spricht und dann sich gut unterhalten kann, weil sie ihre Freundin angerufen hat und alles diese Sachen sind da passiert. Und dann hat der Franco-Canadier meine Frau angesprochen und die hatte dann auch noch in Montreal studiert und das fand er alles ganz toll. Und dann hat er mitgekriegt, dass ihre Leiter ja zur Verfügung steht. Und dann hatte meine Frau nur gesagt, das musst du mit meinem Mann besprechen, was mit der Leiter ist und hat Gott sei Dank nicht gesagt, ja, hier hast du die Leiter. Und natürlich, der war auf Hochzeitsreise mit seiner Frau und was für ein Ding. Du bist auf Hochzeitsreise in Paris als Franco-Canadier und siehst noch die letzte Etappe der Tour. Was für eine tolle Hochzeitsreise. Findet nicht jeder schön, aber er bestimmt. Aber er sieht nichts. Also du bist schon am Place to be und siehst nichts. Und dann wollte er sich so ein bisschen die Leiter erschummeln und dann habe ich ihm so gesagt, ja, das mit der Leiter gebe ich dir gerne. Kein Problem. Aber die Leiter hat mich A, Geld gekostet. B, ich bin auch ein cleverer Junge und ich habe Unkosten. Die sind nicht gerade wenig für diese ganze Sache. Aber ich bin eigentlich auch ein großzügiger Typ. Aber jetzt geht meine Frau auch noch mit ihrer Freundin durch Paris. Das wird ein teurer Tag. Können wir uns irgendwie einigen, dass ich dir nicht einfach nur so die Leiter so gebe? Also ich weiß nicht mehr, wie ich es ihnen jetzt verkauft habe. Und er so meinte, ja, was müsste ich denn wohl tun, damit ich auf die Leiter kann? Ich sage, na, ich könnte sie dir ja vermieten. Und jetzt, das fand er eine super Idee, weil er ist ja schon auf Hochzeitsreise in Paris. Was meinst du, was das Hotelzimmer gekostet hat und die Reise gekostet hat? Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich vom Grundgedanken würde ich sie ihm geben, aber es ist auch wirklich, ich habe wirklich viel Unkosten. Also die Unkosten sind wirklich hoch und dann habe ich, weiß ich nicht mehr, was das dann war, dann hatte ich irgendwie gedacht, ich glaube, es war zwischen 100 und 200 Euro, die ich dann meinte, was kostet ein Tribünen? Das hat er bezahlt. Ja, ja, sofort. Also er war ja auch ganz begeistert. Also das ist ja auch eine Sache, wo man denkt, ich könnte mich als Schlechtmensch darstellen, dass ich ihm das Geld abnehme. Ich könnte aber auch generös sein und sagen, ich schenke es dir, aber ich hatte selber nicht genug Geld in der Tasche. Ja, ja. So und dann ist man in dieser Zwickmülle, wo man sagt, na pass mal auf, du hast ja auch nicht ein sehr schlechtes Leben, wenn du schon gerade geheiratet hast und die Hochzeitsreise hierher machst. Wir müssen uns arrangieren, dass wir alle happy sind. Und meine Win-Win-Situationen wären nicht 50 Euro, das reicht nicht. Okay, krass. Ja gut, das sind andere Zeiten. War man jünger, also die Taschen waren noch nicht so. Naja, man hatte schon Geld, so ist es nicht. Aber das Kamera-Equipment, was haben das damals, das hat damals das ganze Kamera-Equipment gekostet. Mein Objektiv hat 2000 gekostet. Aber lustig ist, dass er sich nicht, na gut, was soll er auch mit so einer Leiter, dass er sich nicht mal die Leiter gekauft hat. Die Leitern haben wir doch danach stehen lassen. Ich schleppe doch die Leiter nicht wieder mit nach Hause. Also die Leiter hat ja tatsächlich einen Wert von 20 Euro. Ja, ja, genau. Das hattest du wenigstens schon mal drin. Und dann lässt du die da einfach stehen. Naja, aber jeder in Paris nimmt eine Leiter kostenfrei mit nach Hause. Also komm mir nicht mit Umweltverschmutzung. Ja, ja, klar. Ich schmeiße keinen Pappbecher auf den Boden, sondern ich lasse eine funktionierende Leiter stehen. Die nimmt einer mit. Also 100 pro, die nehme ich doch nicht wieder mit. Ja, krass. Ja, das waren die positiven Momente und es gibt natürlich auch ganz traurige Momente bei der Tour, wo ich, eine Geschichte würde ich noch mal erzählen. Das ist auch wieder meiner Frau involviert. Zeitfahren Saint-Étienne werde ich in meinem ganzen Leben nie mehr vergessen. Und das sind auch so Momente, wo man denkt, warum bleibt die Tour so in deinem Kopf hängen? Saint-Étienne, das Zeitfahren, war auch ein langes Zeitfahren damals. Mit Armstrong, mit Ulrich, mit Floyd Landis, glaube ich, war auch am Start. und mit, wie hieß der Italiener, der Zweite geworden ist? Ivan Basso. Also eine der Tour de France, die einen auch wirklich sehr begeistern konnte. Zeitfahren in Saint-Étienne war 50 Kilometer. Bin mit meiner Frau unterwegs. Wir zelten, was denn sonst, an der Strecke, Tag vorher. Und dann kommt der Tag des Zeitfahrens und neben uns, deswegen erzähle ich, das ist jetzt, hoffentlich breche ich nicht in Tränen aus, weil es mich wirklich, weil es mich wirklich berührt, muss jetzt von der emotionalen Hoch zu emotional Tief. Neben mir ist eine Familie mit einem Wohnmobil aus Belgien angereist und ich meine, dass die damals schon Quick-Step da gefahren ist und Team-Quick-Step-Fans waren. Ich will es, ich glaube schon. Und dann unterhält man sich mit denen, wie gesagt, Belgier können auch gut Französisch, meine Frau sowieso und man kommt ins Gespräch und man freundet sich an, weil wie das so ist im Leben, man ist einfach, man kennt sich in nur einen Tag, Kurzzeitfreunde für eine Nacht, weil man hat das gleiche Interesse und der Vater von der Familie war Radsport-Fan pur und sie hatten das Wohnmobil gemietet, um die Tour zu verfolgen. Dann waren sie auch in Saint-Étienne beim Zeitfahren mit einem Topspot, wo wir auch waren, wir waren unsere Nachbarn, man freundet sich mit denen an. Nächsten Morgen steht man auf, man frühstückt zusammen, man freundet sich, man kennt die, man schätzt die Familie, man freut sich über das gleiche Thema. Und dann kommt demnächst ja die Werbekarawane und dann geht es los. Und ich hatte meine Frau genommen und sagte, komm, Schatz, wir gehen noch was essen, bevor jetzt hier irgendwie sieben Stunden kein Futter ansteht. Dann gehen wir was essen, kommen zurück vom Essen, steht der Leichenwagen vor dem Wohnmobil. Okay. Und dann kennst du eine junge Familie und der Vater brennt für die Tour de France und ist der Vater gestorben. Am Tag des Zeitfahrens, einfach so. Und völlige Auflösung, aber jetzt wird es ja noch beklemmender. Es kommt gleich die Werbekarawane und vor der Werbekarawane fährt der Leichenwagen. Weißt du, was das, die Werbekarawane macht, Trubel, Jubel, Heiterkeit. Also wer das nicht weiß, bei der Tour de France, bevor die Fahrer kommen, kommt so eine riesen Werbekolonne für alle möglichen Marken. Das ist so wie Kölner Karneval, wo die dann so nicht Bonbons rausschmeißen, aber immer so Goodies, Mützen und sowas rausschmeißen. Jetzt musst du diese beklemmende Situation verstehen. Der Papa ist gerade gestorben. Der Leichenwagen transportiert den weg. Wir können auch nirgendswohin und dann kommt die Halligalli-Fahrt. Dann kommt diese Halligalli-Fahrt. Auch die Familie kam ja nicht weg, ne? Nein. Merkst du jetzt, warum ich das jetzt komisch, wo ich denke, das kann ich mein Leben lang nie vergessen. Ich habe noch nie, ich war noch nie so fertig. Meine Frau war fertig. Wir waren beide sehr fertig und jetzt kommt der Punkt an der Sache. Und ich bin da auch angereist, um Spaß zu haben, meine Leiter hinzustellen, Fotos zu machen, vom Einzelzeitfahren. Und ich habe viele Fotos und all das habe ich ja auch gemacht. Aber was für eine ganz kritische Situation in einem Leben. Eine der, also wo du jetzt gerade über diese jauchzenden, schönen Lustigkeiten, mit dem Schlafen und mit der Leiter und etc. Einer der größten Tiefpunkte, wo ich darüber nachgedacht habe, wie kurz ist das Leben? Es kann morgen vorbei sein und wie traurig kann es eben auch sein. Und die Kinder, die Frau wird es, die Frau ist die Frau, aber die Kinder, ich habe selber Kinder. Deswegen, du kennst die Geschichte nicht, aber das ist, ja, das ist auch die Tour in meinem Leben. Solche Erlebnisse hauen dich um. Ja, ja. Also kannst du das, du kannst es dir ja auch machen. Ja, vom Erzählen schon, das ist ja schon krass. Ja. Und wir wissen nicht, was dem Vater da passiert ist, wahrscheinlich dann einfach klassischerweise. Also es ist ja nicht ermordet worden, sondern wahrscheinlich einfach Herztod oder Stillstand. Aber Kontakt hast du zu denen nicht? Nein, nein, nein. Wir waren ja, also was willst du, stell dir vor, wenn wir müde Kontakt halten, das würde ja noch schmerzlicher sein für die Familie. Noch mehr Leid, noch mehr Schmerzen. Also was für ein Tiefpunkt. Das unter dem ganzen Aspekt Tour live erleben und das, jetzt hatte ich auch mal, deswegen ist es vielleicht auch dankbar, ich kann über sowas nicht reden. Mit wem soll ich darüber reden? Ich kann ja hier nicht, wenn ein Kunde hier reinkommt, ihm sagen, ich hätte mal dir eine Story zu erzählen, die mich sehr belastet und auch du bist mein Freund und du bist auch mein Kollege und etc. Trotzdem reden wir nicht darüber. Was soll ich denn das jetzt auf den Tisch bringen? Aber, wenn wir über Tour de France live erleben, reden, das sind Momente, sowas erlebt man dann auch und das ist eine Traurigkeit der Tour de France, wenn du als Zuschauer sie belebst. Es sind sehr viele Menschen, die tot gefahren werden bei der Tour de France und wenn die niemand berichtet. Okay. Weil Kinder laufen über die Straße, werden überfahren. Die Tour de France ist ein Hochgeschwindigkeitszirkus. Ob du vor das Fahrrad läufst oder vor das Auto läufst, wenn du da die Statistiken durchgibst, das gibt es ja auch, ist immer. Viele Menschen auf einem Fleck, es passiert immer was. Okay, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen zu was Positives. Ja, ja, jetzt müssen wir, jetzt habe ich das Thema Doping, was auch nicht wirklich positiv ist, aber zumindest mal ein bisschen ablenken wird von der Geschichte. Bei Doping denkt natürlich, glaube ich, jeder sofort an Lenz Armstrong, was den Radsport angeht in der neueren Zeit. Ja. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich war es immer so, ne? Es war immer so. Ja. Also wenn du Doping unter dem Betriff Betrügen bezeichnen würdest, dann war es schon immer so. Ja, also sich am Auto festhalten, in den Zug einsteigen, dort abkürzen, hier abkürzen. Und wenn du Doping mit, was der Körper so, ein Stimulantien zu sich nehmen kann, alles was wir kennen, Kaffee ist das harmloseste von allem. Also die Menge an Kaffee, die getrunken wurde, das würdest du heute gar nicht durchwinken. Die Menge an Zigaretten, die geraucht wurden am Anfang, weil früher hat man ja gesagt, Zigaretten macht die Lunge frei. Musst du dir mal überlegen. Musst du dir mal überlegen. Wie viel Tour de France warer Kettenraucher waren? Unglaublich. Und wie viele, und natürlich war das, das Standardgetränk der Leute, die vier, fünfhundert Kilometer Etappen gefahren sind, war Portwein. Wein. Und dann noch solche Kleinigkeiten, wie mal ein Fläschchen Cognac. Und ja, also wenn du das auch unter Doping siehst, Alkohol gehört auch dazu. Also das gab es ja immer. Und dann gab es, ich habe mir das extra nochmal rausgeschrieben, es gab einen schönen Passus in der, von dem, von der, von der Zeitschrift Auto. Die hatte dann extra in ihren Statuten der Tour de France reingeschrieben, ähm, ich habe es mir eben auch, die Tour keinerlei Kosten übernimmt für stimulierende Mittel. Also ist dir das mal klar, was der Satz da so soll? Das heißt, die Tour übernimmt keine Kosten für dein Alkohol oder, Kokain, Morphium, Opium, Eta. Genau. Das war alles im Umlauf, aber die Tour wollte nur noch mal im Reglement klarstellen, dass das auch wirklich jeder Fahrer selber bezahlen muss. Ja, okay. Musst du ja mal überlegen, wie bekloppt. Ja. Also, natürlich wurde alles genommen. Ich habe es alles mal reingeschrieben. Ab 1966 hast du geschrieben, wird, wurde es einfach fort. Genau, bis zu 1966 war alles frei und es wurde auch alles genommen. Auch jetzt lachen wir wieder, aber es ist natürlich, meine Kinder, wenn die den Podcast hören, denen muss ich noch mal viel erklären, aber das war eine andere Zeit und man hat wirklich alles reingehauen, was es gab. Also wirklich alles. Wenn du darum, wir haben, ich habe mir so, Heroin, Kokain, Morphium, Opium, Eta ist ein Betäubungsmittel. Was soll das denn? Und natürlich Zigaretten und Wein und Cognac und all das ist ja normal. Jetzt ist es ja so, dass ich in der ARD mal von Toni, über Toni Martin und andere deutsche Radfahrer gab es mal so eine Anti-Doping-Sendung, also auch so eine Dokumentation, wo dann die deutschen Sportler gesagt haben, alles jetzt clean und so weiter. Und die, also eher eine positive Sendung gegen Doping und Toni Martin hat mal sein, sein Tütchen, was er so an Medikamenten mitschleppt, offen auch gezeigt. Die Reporter haben es auch nicht kritisch hinterfragt, aber da sind natürlich auch Ibuprofen drin ohne Ende. Tja. Wo ich denke, naja, das ist jetzt zwar legal und alles, und Toni hat auch ganz offen darüber gesprochen, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch bei YouTube noch findet, wo er dann drüber spricht, ja, das sind die Medikamente und Schmerzmittel, muss man ja manchmal nehmen und so weiter. Wo ich auch denke, naja, das ist jetzt erlaubt, also das hat keiner hinterfragt. Ich glaube auch, ich war vielleicht der Einzige, der darüber nachgedacht hat, naja, das ist ja auch schon ein Grenzfall. Wenn ich mir, und das machen ja auch viele, viele Amateursportler bei so Amateurrennen, die dann sagen, sie schmeißen sich irgendwie Aspirin oder Ibo rein, weil die Schmerzgrenze ist dann einfach ein bisschen weiter höher und ich kann mich mehr quälen. ist auch schon eine Art der Leistungssteigerung. Weißt du noch die Geschichte mit Ibuprofen und meinem gebrochenen See? Ja, ja. Das erzählen wir später. Können wir ruhig, als du auf Lapaima den See gebrochen hast, nächsten Tag Ibuprofen und bist im Berg hoch geflogen. Schmerzen waren halt nicht so gespürbar wie normal. Also das heißt, selbst die Leute, die für Antidoping einstehen, wie jemand wie Toni Martin und auch eine ARD, die das Ganze dokumentiert, selbst da tauchen halt Mittelchen auf. Ist ja klar. Diese Mittelchen werden genommen und auch Schlafmittel werden genommen, weil nachts nicht geschlafen werden kann und solche Sachen. Alles auf legaler Basis. Das heißt, und natürlich ist da eine Grenze überschritten, wenn du Epo nimmst und was weiß ich, gerade diese richtigen harten Drogen oder sonst wie. Aber wo fängt man da an und wo zieht man die Grenze? Die Tour hat 1966 angefangen. Genau. Also das muss euch klar sein. Das ist 1966 freie Bahn. Ja, freies Geleit. Ja, bis hin dazu, dass es natürlich ganz klar für den Körper nicht gesund ist, was da gemacht wurde. 1966, das ist ja auch ein Witz, 1966 Kontrollen eingeführt, der Brite Simpson, Amon Ventoux, 1967 Amon Ventoux gestorben und als sie den natürlich untersucht haben, vollgepumpt bis zur Oberkante. Also und jetzt das Kuriose, wer das nicht weiß, der Simpson ist am Anstieg des Morbonti gestorben, also kurz vor dem Gipfel und dort befindet sich ein Gedenkstein. Und damit tue ich mich ja eigentlich schwer. Ja, da wird auch immer wieder gedacht und auch die Fahrer halten doch manchmal inne, wenn sie dort vorbeifahren, ne? Ja, vielleicht kriege ich einen auf die Mütze. Ich bin den Morbonti auch hochgefahren. Ich bin auch da vorbeigefahren, aber ich halte da nicht an. Oder zumindest mache ich nicht eine Huldi. Also ich kann es dir nicht sagen. Weil du sagst, also jetzt mal banal gesagt, sagst du selber schuld. Nein, das ist auch nicht okay. Also ich mag auch Eddie Merckx und der war auch voll wie eine Rakete. Also zumindest war er vor seinem ersten Toursieg voll wie eine Rakete und wurde, das ist auch witzig, weil es mit dem Doping, kommen wir gleich zu, den mag ich also auch. Und ich tue mich nur schwer, wenn halt klar ist, Mensch, da ist jemand an Doping an dieser Stelle verunglückt, dann kann man das ja gerne erwähnen. Aber ob ich da jetzt ein Denkmal setzen muss, ist schwer. Ich bin da neutral. Mir ist das eigentlich, ich habe da keine Meinung zu. Naja, aber du würdest da ja nicht hinfahren und Blumen hinlegen oder eine Trinkflasche hinschneiden. Und das wird natürlich da gemacht und das ist eine komische Situation. Es ist auf der anderen Seite vielleicht gar nicht doof, weil es auch ein Mahnmal ist für alle, die eventuell in die Versuchung kommen zu dopen, die dann sehen, oh, das kann auch schief gehen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof. Mahnmal ist ein guter Begriff. Mahnmal ist wieder, ein ganz positiv besetzter Begriff für sowas. Okay. Ja, aber das kam dann 1967, ein Jahr, nachdem die Tour angefangen hat, Kontrollen zu machen. Ja, ja. Und dann kam ja die Ära Armstrong, die ich auch live miterlebt, habe ich auch viele, viele Bücher gelesen von, also auch schon bevor Armstrong gebeichtet hat, habe ich schon die Bücher gelesen und auch diese Skripte gelesen, die es im Internet gab. Lass mich die Geschichte mit Eddie Merckx noch erzählen. Ja, okay. Weil ich ein großer Eddie Merckx-Fan bin, damit mir die Leute auch die Serialität dann abnehmen. Eddie Merckx, vor seinem ersten Sieg war er bei der Giro positiv aufgefallen, also getestet und wurde gesperrt. Die Giro ist kurz vor Tour de France. Und da musst du mir überlegen, bei der Tour de France ist er wieder gestartet. Ah, ja. Okay. Und hat sie natürlich auch gewonnen. Aber jetzt kommst du. Ja, ja. Also bring das mal in die heutige Zeit. Bekloppt, ne? Naja, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Doping tatsächlich schon immer, also es war auch mit dem Festina-Skandal ging das ja schon los, ist ja wirklich komplett mit der Tour de France verbandelt. Das heißt, ohne Doping in der Vergangenheit, wie du schon gesagt hast, auch jetzt in der Gegenwart in den letzten 20 Jahren, es war halt immer mit an Bord. Und es wurde ja, und da gibt es ja auch Gerüchte, dass die UCI auch Armstrongs Ergebnisse da mal vertuscht haben sollen und solche Sachen. Und wir wissen es selber nicht, wir können es nicht nachweisen, wir können nur mutmaßen, dass wir wahrscheinlich viel, viel weniger wissen, als wirklich passiert ist. Weil das gesamte Peloton wusste es ja von jedem. Spaß macht mir das gar nicht, das Thema. Es gibt ja die Omertha, alle haben geschwiegen und so weiter. Und es ist ja auch ganz klar, das EPO war ja nicht nachweisbar. Und auch heute sind bestimmte Dinge nicht nachweisbar. Das heißt, du kannst auch heute nicht sicher sein, dass das Ganze clean abläuft. Also von daher... Ich muss dringend mal eine Antwort geben, lass dich bitte nicht ablenken. sagen, ich muss kurz eine Sache machen, sonst gehen da zu viele Sachen. Entschuldigung, das muss ich hier machen. Der Dan muss jetzt hier mal kurz eine SMS beantworten. Naja, mit Andi Kessler, Entschuldigung, der wartet. Nee, und wie gesagt, das mit dem Doping ist jetzt ja in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Was hast du hier geschrieben? Urinprobe nach Bergtabankunft Alp-Dues, 1978, Schwangerschaft. Ach, ich wollte noch ein paar Anekdoten reinmachen. Das ist ja immer ein... Ach, ein bisschen Anekdoten dürfen nicht sein, oder? Das heißt, da hat tatsächlich einer eine Schwangerschaft festgestellt bei einem männlichen Fahrer? Ja. Sehr gut. Du hast den Scherz schon verstanden. Ja, ja. Also damit natürlich klar war bei den Urinproben, weil ja so viel geschummelt wurde, ist ja klar. Dann gebe ich doch lieber die Urinprobe von meinem Nachbarn ab als meine. Und dieses und jenes und was da alles so für Gerichteküche ist. Aber eins der schönsten, wir werden nie erfahren, ob es denn so war oder nicht. Aber es ist eine der schönsten Geschichten, angeblich, und wir lassen es doch dabei mit, wenn wir ein bisschen Spaß haben, wurde 1978 eine Urinprobe eine positive Schwangerschaft festgestellt. Also Augen auf beim Käsekauf, also Urinproben nicht von der Ehefrau abgeben. Ach so, das sind ein paar Sachen. Ja, Alberto Contador hat Kälbermast mit... Ach so, ja. Ah, also. Ah, möchtest du das vorlesen? Asthma haben auffällig viele Athleten gehabt. Das ist, glaube ich, heute noch so, dass die sich Asthma... Ja, ganz viele haben Asthma. Diese Prescriptions... Also Achtung, 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 Sarkasmus pur jetzt. Sarkasmus. Genau, also diese Asthma-Geschichte, ich glaube, da wurde jetzt ja auch wieder an Team Sky damals sogar kritisiert vor ein, zwei Jahren mit... Ja. Geh die Liste durch, Ingo, was sich da alles so aufgeschrieben hat. Also Asthma, Floyd Landis, Cortison wegen Hüftschmerzen. Na, ist doch klar. Hüftschmerzen ist ja so schlimm. Aber diese Fahrt von Floyd Landis war auch legendär, ne? Ich glaube, der hat einen Tag vorher ein paar Minuten verloren und am nächsten Tag die Etappe mit sechs Minuten gewonnen. Das war doch ganz klar, wie Klosbrüder. Entschuldigung, wir müssen hier ein bisschen... Was willst du denn sonst zu diesem traurigen Thema Doping machen? Alberto Contador hat kontaminiertes Fleisch gegessen. Kälbermastmittel? Ja, ja. Klein-Butter-Rohl. Gilberto Simon hat tatsächlich behauptet, dass das Kokain in Bonbons aus Südamerika drin ist und die aus Versehen gegessen hat. Also, das ist eine Ausrede. Also, wenn mein Sohn mit so einer Ausrede um die Ecke kommen würde, weil er die Mathearbeit versaut hat. Also, die Ausrede ist das bekloppt. Das Kokain war in Bonbons aus Südamerika. Das ist schon ganz krass. Also, was ich festgestellt habe, und Lance Armstrong hat es ja wirklich systematisch gemacht. Der hat denn noch Bücher geschrieben, wie toll sie trainieren und sonst wie. Zu Lance Armstrong hätte ich noch eine Geschichte, die hebe ich mir noch auf. Okay. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass man, dass ich da auch nicht der verurteilende Mensch sein will, weil ich nicht wüsste, ob ich es nicht auch machen würde. Jetzt mit meinem heutigen Wissen und Denken als Amateursportler ist das immer schön zu sagen, na ja, bei mir hört es bei Rote-Beete-Saft auf, wo man sagt, der könnte helfen, schneller zu sein und ich würde nicht mal ein Schmerzmittel nehmen, aber, und ich bin da sogar noch, noch nicht mal Koffein würde ich trinken. Aber das ist, wie gesagt, da jemanden zu verurteilen, der da auch vielleicht darauf angewiesen ist, ein bisschen Geld mit zu verdienen und dann auch diese Nummer, ich habe mich entschlossen, einen Beruf auszuüben und alle anderen sind schneller, als ich weiße, was nehme und ich selber nicht. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Schade sind tatsächlich die, die dies nicht zugegeben haben. Ich hätte mir gewünscht, dass Jan Ullrich ein Buch schreibt und einfach sagt, ja, ich habe die Scheiße mitgemacht und nicht bis heute und dann wäre er vielleicht heute psychisch auch besser drauf, wenn er das mal gemacht hätte. Genau wie wie ein Lenz Armstrong, der ja wirklich, den man dazu zwingen musste mit Verfahren und sonst wie das dann irgendwann mal zuzugeben, wo es dann alle schon wussten. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass da nicht offener mit den Fehlern oder mit dieser Situation umgegangen wäre und dann wäre das vielleicht auch im Nachhinein nicht so negativ besetzt gewesen, weil man immer noch hätte sagen können, ja, alle haben es irgendwie gemacht, es tut uns leid, wir haben es alle gemacht und jeder wollte schneller sein als der andere und der hat dann das genommen und so weiter. Wenn man da offen drüber gesprochen hätte, wäre es glaube ich auch gar nicht so ein, dann wäre es nach bestimmten paar Jahren eher wieder Ruhe eingekehrt. Zu der Depo, Doping, ich war ja völligen Knoten im Mund, zu den Doping-Sachen war natürlich ein Durchbruch, der auch in den Medien war, den ich auch wirklich am Fernsehen noch, diese Heulerei von Veran, unglaublich, wo der Masseur, weil die Leute, die jetzt das nicht wissen aus der Historie, es wurde von dem Team Festina, wo Richard Veran auch drin war, wurde ein Masseur, an der Grenze erwischt mit unheimlich vielen Ampullen, auch viel Epo dabei. Also ein Masseur von einem Team beim Grenzüberschritt wurde im Auto diese ganzen Ampullen gefunden. Dann war ja schon mal klar, wenn der Masseur diese Sachen dabei, die wird ja nichts im eigenen Gebrauch dabei hatten. Das war halt so der Skandal, der aufgetaucht ist als größter Doping-Skandal bei der Tour und dann muss ich sagen, Hut ab vor den Franzosen, weil es ist das französische Event. Wir sind nationalstolz, wir wollen Sieger produzieren. Richard Veran als Franzose im Team Festina. Ach, das war Festina, ja, ja. Und dann hat, zumindest kriegen die dafür meinen Credit, dann hat die Polizei in Frankreich alle Fahrer eingesperrt. Weißt du das noch? Ja, ja, ja. Und heulend. Ja, ja. Vor die Kamera, heulend, Richard Veran. Ja. Aber zumindest haben sie erst mal alle eingesperrt. Was krass war. Das war eine ganz krasse Entscheidung. Ja, und man muss sich da auch immer im Klaren sein, dass danach die Franzosen auch nie wieder was gerissen haben bei der Tour. Immer noch in den Epo-Jahren 2005, 2006 und so weiter. Die Franzosen haben nie wieder mitspielen können in dem Spiel, weil sie sich nicht mehr getraut haben. Die haben nämlich einmal im eigenen Leib erlebt, wie scheiße das läuft. Während die anderen Länder alle noch fleißig weitergemacht haben. Telekom, Postel. Was noch interessant war, hatte ich mal nochmal vermerkt, ist dir klar, dass Lenz Armstrong niemals positiv getestet wurde. Also das gab es noch nie. Lenz Armstrong wurde ein einziges Mal wurde Lenz Armstrong positiv getestet. Und das wurde ja vertuscht. Das war die Sitzcreme. Ach so. Thema Ausreden. Ah ja, okay. Also die ganz offizielle positive Sache, die Lenz Armstrong hatte, das hat man dann gesagt, naja klar. Ja, das habe ich in den Büchern nach. Entzündungshemmende Sitzcreme. Jetzt ist es natürlich. In den Büchern stand ja auch ganz klar drin, wie du das Epo timen musst und wenn dann die, was du für Salz und Flüssigkeit zuführen musst, damit es dann nicht mehr auffällt. Und ich meine, dass bis heute auch dieses Eigenblutdoping immer noch nicht hundertprozentig nachweisbar ist. Deswegen gibt es ja jetzt gerade in der Kürze wieder den Skandal in Österreich, wo da so ein Arzt auch wieder Blutdoping noch wieder veranstaltet hat. Doping macht keinen Spaß, wenn du das im Podcast erzählen willst. Und wie gesagt, und wenn du es in ganz kleinen Dosen nur nimmst, ob es dann nachweisbar ist, ich weiß es nicht. Aber da muss man auch durch und am Ende des Tages, der Wettbewerb ist trotzdem, mir macht da trotzdem Spaß zuzugucken. Und ich glaube, die kämpfen alle hoffentlich dann mit gleichen Waffen, wenn sie denn noch mit irgendwas kämpfen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, es gibt keinen mehr, der irgendwie sechs Minuten rausfährt und nicht eingeholt wird. Oder es gibt ganz oft Situationen am Berg, es fährt einer eine Minute weg und dann wird er doch wieder eingeholt und so weiter. Also man hat schon das Gefühl, dass das nicht mehr so ist, dass die sich da komplett vollpumpen. Mir fällt das schwer, das im Podcast zu sagen. Aber jetzt, was so abläuft mit Jan Ullrich, das finde ich nur traurig. Aber ich fand Jan Ullrich immer sympathisch. Und es fällt mir schwer. Der war so ein Schüchterner und nicht so ein Draufgänger wie der Armstrong, der da immer einen Dicken gemacht hat, sondern er war immer der, der relativ defensiv oder leicht verschüchtert auch wirkte. Und ich habe eine Anekdote noch zu Eddie Merckx. Den finde ich mega sympathisch. Und der war ja nun auch einer. Also ich finde jetzt Leute sympathisch, die betrogen haben. Und zu Eddie Merckx, die Geschichte, da schließt sich der Kreis eigentlich. Eddie Merckx und Lance Armstrong. Lance Armstrong, sage ich das hier? Willst du mich fragen, was ich von ihm halte? Also ich habe dir ja vor zwei Tagen den Podcast von ihm empfohlen. Und habe dir aber auch gesagt, dass die Brunel-Episoden, da den Tipp gebe ich euch gleich nochmal, dass die schon ein bisschen eigentlich die Interessanteren sind. Und da hast du am nächsten Tag das Ding gehört. Ich sage mal so, ich habe jemandem den Podcast empfohlen, der ist am nächsten Tag zu mir angekommen und hat gesagt, was ist denn das für ein Arsch? Also, soll ich mal eine private Anekdote, wo Eddie Merckx und Lance Armstrong drin vorkommen? Gerne. Die auch mit, Doping hat es dann nichts mehr zu tun, aber mit Krebs. Okay. Ihr wisst sicherlich alle, dass Lance Armstrong mal Krebs hatte. Weißt du das? Ja, 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 klar. Ich habe das Buch sogar gelesen damals. Also Lance Armstrong hat den Krebs überwunden, aber er hatte mal Krebs. Und Eddie Merckx war natürlich vor meiner Zeit. Das heißt, so einen richtigen Draht zu Eddie Merckx hatte ich nicht. Ich habe auch keine Fotos von Eddie Merckx, weil er ja, ne? Und ich habe also Fotos, weil ich ja vorhin sagte, ich habe es eh alle fotografiert. Alle. Also habe ich Fotos, ganz viele von Lance Armstrong, auch vom Zeitfahren. Und ich habe auch Fotos von Axel Merckx, dem Sohn von Eddie Merckx. Deswegen schließt sich gleich der Kreis. Also habe ich, ich habe sie eh alle fotografiert, auch die Underdogs. Und Axel Merckx war auch bei der Tour de France. Nicht so erfolgreich wie der Papa. Und dann war ich in Kanada. Ich habe viele Freunde da, habe da viel Triathlon gemacht, etc. Und dann gibt es in Vancouver eine Veranstaltung, wir kommen zu dem Ende, die heißt Cops for Cancer. Also Polizisten gegen Krebs. Es gibt also so eine Benefizveranstaltung, was in Deutschland nicht so so oft gemacht wird. Und bei der Benefizveranstaltung muss Geld erwirtschaftet werden für Krebs. Und wer war natürlich ein super gern gesehener Stargast, der natürlich perfekt passt? Lance Armstrong. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Kanada. Wenn da Poster mit Lance Armstrong signiert sind, dann zahlen die Leute 1.000 Dollar dafür. Und du zahlst nicht ein Poster wert 1.000 Dollar, sondern du weißt ja, es ist für einen guten Zweck. Und wenn du eine Firma hast, dann kannst du es auch von der Steuer absetzen. Hast du eine Spende gemacht und hast dafür ein schönes Poster mit Lance Armstrongs Unterschrift im Büro hängen. Und da war jahrelang Lance Armstrong Gast. Jetzt schließt sich der Kreis, den du nicht glaubst. Ich bin in Kanada vor Ort, habe Freunde, die auch diese Cops for Cancer Sache organisieren und dann rufen die an. Wen rufen sie an? Lance Armstrong. Der hat die Karriere beendet und dann tut es ihm leid. Er hat die Karriere beendet. Er kann nicht kommen. Hallo, du Arscher. Das schneidest du eben raus. Also hallo, habe ich das gerade richtig gehört? Hattest du nicht auch mal Krebs, du? Hast du das vergessen oder was? Du musst alles drum geben, da hinzukommen, weil du musst das Geld, du kannst ja auch einen Scheck schicken, einen richtigen Scheck. Hast ja genug Geld. Und wie kommt jetzt noch die Connection zu Axel und Eddy Merckx hin? Das wird ja noch bekloppter. Axel Merckx, Belgier, ist mit einer kanadischen Triathletin verheiratet. Und die kommt aus der Nähe, nicht von Vancouver, ein bisschen weiter weg. Die sind da auch involviert. Und ich kriege das mit, dass Axel Merckx sagt, da rufe ich meinen Vater an, der hat schon lange die Karriere hinter sich, der kommt auch. Also musst du ja überlegen. Und ruft den Papa an und der Papa sagt, ich steige ins Flugzeug, ich bringe was mit. Aus Europa. Aus Europa. Nicht mal eben hier so ein Inlandflug. Naja gut, aber seine Schwiegertochter ist Kanadierin. Also es gibt schon auch noch einen Grund. Ja, ja, ja. Aber er macht es. Aber er macht es. Lance Armstrong macht es nicht. Er macht es und ist natürlich noch viel gefeierter als Lance Armstrong. Und damals waren seine Siege nicht aberkannt. Also. Und dann erlebst du natürlich einen Eddy Merckx, der einen Rahmen mitbringt, der Autogramme gibt und etc. Mit einem Problem. Welches Problem? Ich kann nicht helfen mit Fotos von Eddie Merckx. Aber mit was kann ich denn helfen? Mit dem... Foto von Börnemann. Und deswegen habe ich das hier. Diejenigen, die den Podcast sehen und nicht hören, zeige ich das hoch. Oder du zeigst es hoch. Ich habe natürlich ein Foto geschossen von Axel Merckx. Ein Foto von mir aus alten Zeiten. Und naja. Haben beide unterschrieben. Haben beide unterschrieben. Axel und Eddie Merckx. Aber es ging nicht darum, mir was zu unterschreiben. Es ging darum, dass man zumindest was hat, damit der Sohn nicht so blöd neben dem Vater da steht. Da muss man ja auch ein paar Fotos von dem Sohn haben. Und naja. Und wollte damit nur meine Antipathie, die sich gebildet hat, gegen Ernst Armstrong begründen. Mann, was für eine Backe. Ja. Und er hat ja auch gut dafür gearbeitet, dass es so ist. Hat auch viel, viel Reue gezeigt in letzter Zeit. Aber so wie er im Podcast gerade rüberkommt, kann ich nicht ertragen. Muss ich abschalten. Ja, er ist ... Überheblich schon wieder. Genau. Beleidigend. Ja, ja, ja. Arrogant. Ja, ja, das stimmt. Das war tatsächlich dieser ... Wir reden über den ... Wir können ja mal über die Aktu ... Du machst doch jetzt keine Werbung für einen Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher oder was. Letztes Jahr ist das erst mal. Ich glaube, vor zwei Jahren. War für mich das erste Jahr wirklich interessant, weil ich glaube, da waren sie auch noch nicht so drauf wie jetzt, sondern haben wirklich viel so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, warum ist jetzt das passiert? Warum ist da einer ausgerissen und wurde wieder eingeholt? Also einfach Sachen, die wir als Normalsterblicher nicht mitkriegen, weil wir nie im Peloton gefahren sind. War also nicht doof und wurde dann aber, habe ich auch das Gefühl, immer schlechter und auch viel Werbung und so weiter. Und du hast schon recht. Ich habe auch das Gefühl, dass Armstrong eine Zeit lang ein bisschen netter drauf war, so ein bisschen reuiger. Und dass das aber wieder so ein bisschen verflogen ist in den letzten Jahren. Hat nicht lange gedauert. Hat er wieder auch Überwasser. Genau, hat er wieder so, weiß ich nicht. Aber was wirklich hochinteressant ist, deswegen kann man den Podcast doch empfehlen. Also die Armstrong-Folgen muss man nicht hören, höre ich auch kaum noch. Aber es gibt seit dem Giro eine Folge mit Johann Brunel. Ja. Und das ist ja der sportliche Leiter, der leider auch natürlich als sportlicher Leiter eine sehr große Dopingvergangenheit hat. Aber der ist halt sehr professionell. Wenn der über eine Tour ein Reap Cap Camp macht und sagt, warum, was, wie passiert ist. Grandios. Das ist echt der Knaller. Also man muss natürlich gut Englisch können, aber er spricht ein sehr verständliches Englisch für uns Europäer. Ist ein Belgier, glaube ich. Das heißt, er spricht ein sehr gutes Englisch, was man als Europäer sehr gut, weil es so ein Schulenglisch ist, wahrscheinlich sehr gut verstehen kann. Ja. Und der holt da Sachen raus, wo der hat auch beim Giro schon gewusst, dass Carapaz gewinnt. Er hat gesagt, na, das sieht man doch an den Beinen. Er hat die besten Beine, wo noch keiner über Carapaz gesprochen hat und solche Sachen. Und der auch mal seine Meinung revidieren muss, was Alaphilippe angeht, weil dann natürlich alle sagen, der bonkt jetzt irgendwann. Und das ist ganz interessant. Du hast jetzt, und das war ja der Witz, dass du die Tour de France, ich habe die im Urlaub verfolgt. Ich auch. Auf unterschiedliche Art. Auf unterschiedliche Art und Weise. Ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir läuft. Ich gucke normalerweise die Tour de France auf dem Eurosport-Player oder ich nehme sie mir zu Hause auf über den Receiver da von der Telekom oder so, wo man dann vorspulen kann. Ich gucke die Etappen normalerweise nicht mehr live. Ich nehme das auf und eine Bergetappe fange ich dann so bei Kilometer 50 anzugucken und spule vor, bis es dann interessant wird. Das wollte ich in Italien auch machen, auf dem iPad schön, auf dem Eurosport-Player gucken. Spricht dieser Eurosport-Player, weil ich ein Südtirol bin, italienisch mit mir? So eine Scheiße. Was machst du denn jetzt? Keine Chance. Habe ich ein VPN installiert. Der VPN bedeutet sozusagen meine IP, statt einer italienischen, dass man dann eine deutsche IP nimmt, habe ich das so umgestellt. Trotzdem italienisch. Also ich konnte den Eurosport-Player nicht mal mit dem VPN irgendwie überlisten. Bevor ich das mit dem VPN überhaupt probiert habe, war ich dann auf der ARD-App, wollte es da gucken. Aus rechtlichen Gründen kann das nicht in diesem Land ausgestrahlt werden. Herzlichen Glückwunsch. Ich so, was machst du denn jetzt? Der VPN aber funktionierte für die Deutsche, für das deutsche Fernsehen. Das heißt, ARD konnte ich damit überlisten, dass ich doch in Deutschland bin und konnte es dann tatsächlich auf Deutsch gucken, entweder live oder im Re-Live. Die haben auch tatsächlich einen Stream, wo sie die gesamte Etappe übertragen. Haben netterweise auch so ein Drei-Minuten-Ding, wo man dann die Etappe... Kurz vorm Abendbrot kannst du nochmal schnell... Kannst du mal vier Minuten reingucken. Habe ich mit meinem Sohn auch, der ist jetzt auch schon ganz angefixt, guckt da immer mit rein. Siehst du? Die drei, vier Minuten von dieser Dings geguckt und die Bergetappen habe ich mir dann einfach die letzten 20, 30 Kilometer, wenn spannend wurde, mit angeguckt. Und so hatte ich dann doch die Chance, das im bewegten Bild mit zu verfolgen. Und eins ist ganz klar, dieses Jahr ist die Tour de France das erste Mal wieder richtig spannend. Wahrscheinlich, weil Froome nicht dabei ist. Ja, ist so. Und alle anderen relativ... immer mal einer einen schwachen Tag hat und so ein Alaphilippe da, wo wir das Thema Doping schon hatten, auch natürlich ein bisschen heraussticht, weil man ihm das nicht zugetraut hätte, da vorne mitzufahren, so lange. Aber es ist trotzdem spannend. Die Franzosen sind mit dabei. Also so verfolge ich das Ganze. Und dann abends den Brunet-Podcast dazu und dann weiß man auch, warum, was, wie, an welchem Tag da passiert ist. Und es war tatsächlich dieses Jahr so, dass auch eine flache Etappe teilweise überraschende Wendungen hatte. Und das war wirklich... Und so ein Alaphilippe, der in sechs Sekunden verloren hat, das gelbe Trikot und am nächsten Tag wieder in der Bergetappe gewonnen hat. Also es war wirklich extrem spannend, muss man schon sagen. Also dieses Jahr, toll. Und du hast, glaube ich, gar keine Bewegtbilder gesehen bisher, ne? Genau, ich war auf dem Campingplatz ohne Fernsehen. Und ich hatte zwar meinen Laptop dabei, aber das ist am Campingplatz auch irgendwie ein bisschen blöd, im Zelt jetzt, wo es warm ist. Ich habe jeden Tag eine kleine Runde gejoggt hinter dem Dünen, einmal ein bisschen in die eine Richtung, über die Dünen rüber und am Meer zurück. Habe ich fast jeden Tag so die 20, 30 Minuten so durchgehalten, damit ich nicht verfette. Hat nicht ganz so geklappt, weil ich doch zu viel gegessen habe. Aber habe mir dann unsere Aftershocks-Kopfhörer aufgesetzt und habe mir den BBC-Podcast runtergeladen. Okay. Der BBC-Podcast heißt Bespoke Cycling. Das ist genau meine Liga. Höfliche Sprache. Englisch vor allem. British English, Oxford English, manchmal nicht nur Oxford English, aber vor allen Dingen nicht die... Und ich empfehle dir einen Podcast mit Texanern, mit so einem Texanern. Okay. So very British, BBC, die natürlich das Problem haben, das Cricket-WM ist auch, das könnte ich mich bepissen vor Lachen, also andere Storys, aber höre im Prinzip Bespoke Cycling und finde den spitze, also finde den richtig gut, komme aus dem Urlaub wieder, sage hier, BBC-Podcast ist der Beste. Also ich habe nur Podcast von der Tour gehört im Urlaub und habe dir den auch noch empfohlen. Und dann ist mir tatsächlich eingefallen, weil das ja auch neu in meiner Welt ist, Podcast beim Strandlauf zu hören. Und dann habe ich gedacht, ich filme das mal mit dem iPhone, ob da was draus geworden ist, gucken wir mal. Um den Leuten mal klarzumachen, wie konsumiere ich einen Podcast. Und bevor wir abschweichen, geht in die Leute, die in die Kamera jetzt hier gucken bei YouTube, denkt nochmal dran, ein Podcast ist auch wunderbar geeignet fürs Autoradio oder für die Bügelwäsche oder was auch immer ihr so im Leben macht. Brauchst ja nur Kopfhörer aufsitzen. Ich höre das immer irgendwo, ja, irgendwie nebenbei, wenn ich koche, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre. Also meine Podcast-Sache war BBC. Aber ist denn da der Funke so wirklich übergesprungen, dass du die Spannung auch hattest, was passiert bei der nächsten Etappe? Nein. Das nicht, ne? Nein, das ist, da muss man sagen, ist Brunel natürlich grandios. Weil das ist, und da fehlen dir wahrscheinlich auch die bewegten Bilder, weil das war jetzt das, dass bei mir der Funke extrem übergesprungen ist, wo ich sage, okay, das wird ja spannend dieses Jahr. Schafft es der Thomas noch? Und dann fährt da noch ein Deutscher vorne mit, wo man nicht denkt, dem jetzt keiner zutraut, dass er gewinnt, aber er fährt immerhin vorne mit und wird nicht abgehängt. Nee, so ist der Funke nicht übergesprungen. Dann die Franzosen, Pinot à la Philippe und à la Philippe, der dann ja auch eher so eine, das ist ja eher so ein Eintagesrennenfahrer, der da jetzt vorne reinhält. Naja, das ganze Team Quick-Step ist auf Eintagesrennen ausgerichtet. Ich war mit Quick-Step mal in Paris-Roubaix. Da war ich den Abend vorher im Quick-Step-Hotel und habe dann gesehen, wie die sich auf dieses Rennen vorbereiten und das ist das wichtigste Rennen für Quick-Step. Nee, und das war so, deswegen ist bei mir der Funke wirklich rübergesprungen, obwohl es ja eigentlich alle vorher gesagt haben, die Strecke ist blöd, kein Wohntun, kein Alpes und die Bergetappen kommen erst am Ende und zwischendrin ist da gar nicht viel und dann diese vielen Flachetappen und dann dieses kurze Zeitfahren und sonst wie, aber es ist alles, dieses Jahr alles komplett aufgegangen und natürlich kein, ich glaube, die Gründe sind kein dominierendes Team Sky mehr. Also Ineos ist tatsächlich, ist nicht mehr in der Lage sozusagen, ja, oder auch keine Mannschaft kann sich mehr darauf verlassen, oh, da fährt jetzt einer weg, lassen wir mal Ineos das Loch zufahren, das funktioniert momentan nicht mehr. Froome ist nicht dabei, der wahrscheinlich in der Top-Form angereist wäre und wahrscheinlich jetzt schon klar in Gelb gefahren wäre, schätze ich, weiß man nicht. Weiß man nicht. und die, die da jetzt hinten dran sind, die sind alle irgendwie gleich stark und jeder hat mal einen schwachen Tag, jeder hat mal einen starken Tag. Die ARD in meinen Augen, also der erstens, normalerweise sagt man ja, als Deutscher guckt Eurosport. ARD-Kommentar geht gar nicht. Geht gar nicht. Wir kommen zu der Alpes-Etappe. Bitte, bitte, bitte noch. Und die, ich sage ja, Eurosport auf Englisch wäre der Knaller. Ganz selten im Eurosport-Player verirrt sich mal ein englischer Kommentar da rein. Der muss richtig Spaß machen, wenn man Englisch kann. Aber ich weiß nicht, wenn einer von euch den Trick kennt, wie man Englisch Eurosport gucken kann, live oder auch meinetwegen re-live, hier in Deutschland gerne melden. Wir meinen, dass nicht auf Deutsch steht. Und den amerikanischen mit Jens Wojk wollen wir auch nicht. Wir wollen tatsächlich den, ich glaube, der britische Kommentar ist, glaube ich, der beste, den es gibt. Ist auch bei der BBC sensationell. Was man der ARD tatsächlich zugutehalten muss, in diesem Jahr ist es besser geworden. Also ich habe die noch ganz schlecht in Erinnerung von den 2000ern. Aber das ist irgendwie besser geworden. Fabian Wegmann ist ja zumindest einer, der auch mal Rad gefahren ist. Was sie natürlich jetzt wirklich machen, den Emanuel Buchmann, da wird ein bisschen zu viel Druck oder ein bisschen zu viel gehypt. Da muss man, das ist so, die ARD, die reißt schon, also jedes Mal nach Zieleinkunft gleich. Die Franzosen machen das auch so. Aber wahrscheinlich ist das so. Vielleicht müssen wir als Deutsche auch immer ein bisschen lockerer werden und einfach sagen, okay, wir freuen uns jetzt, dass der vorne da mitfährt. Aber das wird ein bisschen überhypt, glaube ich. Ansonsten kann man das in der ARD, glaube ich, ist zumindest verkraftbar, das jetzt auch zu gucken. Und die Eurosport-Leute, die sind jetzt auch schon so lange dabei. Manchmal ist es auch schon so, also es ist auch manchmal so, dass ich das Abend zum Einschlafen auch schon gucken kann. Weil ich weiß, diese Stimmen, die sind auch schon sehr beruhigend. Bitte gib mir, bitte gib mir die 30 Sekunden, die eine Minute. Die beste Eurosport-Übertragung aller Zeiten, und ihr könnt die sicherlich bei YouTube abrufen, war als Guirini, der Italiener Guirini, Alpdüess hochstürmt. Und Angermann und Rominger sind die Kommentatoren bei Eurosport. Guckt euch das bitte an. Es gibt keinen besseren Kommentar als Guirinis Sturm auf Alpdüess, Team Telekom, Italiener. Angermann, der jetzt nicht mehr bei Eurosport ist, den haben sie rausgeschmissen. So viel Quatsch und Fehler und Emotionen konnte nur er. Eine Legende. Und dafür hat man ihn aber auch geliebt. Ihr müsst es bitte nochmal abspielen, wenn wir es jetzt hier machen würden, würde der Podcast vor Lachen zusammenbrechen. Aber die Kommentare, die es gibt, und da war ein Fotograf, der hat Guirini vom Fahrrad gerissen. Und jetzt kommt der Knaller-Kommentar, wenn wir Journalismus, oder wie sage ich das, wenn man so die Leute in den Himmel hin will, er kann so viel Quatsch erzählt haben, wie er will, aber er hat aus der Pistole geschossen. Ein Schnappschuss sollte es werden. Ein Abschuss ist es geworden. Das muss dir erstmal einfallen. Das könnte eigentlich nur Karl Lagerfeld sagen, so schlagfertig, wie er war. Und bei der Tour de France, was ist denn da passiert? Also nicht bei der Tour, bei der ARD, was ist denn da? Und dann Angermann so, es ist was passiert. Liebe Zuschauer, es ist was passiert. Also der führende Guirini ist gestürzt durch den Fotografen. Und dann kam die Situation, er ist dann wieder aufgestanden. Und Angermann geht ganz steil in der Kommentare, guckt euch es bitte an, vielleicht finden wir irgendeinen Link, wo nochmal die Alpetappe Guirini ist. Da erinnere ich dich dran. Und dann sind die letzten paar Meter und Angermann sagt, am Berg der Holländer, weil Alp du S wird als Berg der Holländer bezeichnet, unglaublich. Und es ist wieder ein Holländer. Guirini, offensichtlicher Italiener. Und dann kommt der Schweizer, Tony Rombänger, ich kann das nicht nachsprechen, aber der Guirini ist italiener. Und dann Angermann, Tony, danke, in meiner Euphorie habe ich ihn einfach zum Holländer gemacht. Also es gibt keine besseren, also das war, das war die Königs, das war, dadurch, dass ich das jetzt alles aus dem Gedächtnis erzähle, es gab keine emotionalere, bessere Übertragung als die beiden Strategen. und es gab eine Uni in Deutschland, die analysiert hat, irgendeine Journalisten-Auswärte-Schule, wie die ARD diese Etappe kommentiert und wie Eurosport kommentiert. Und Eurosport war Emotionen, auch mit tausenden von Fehlern, aber Emotionen pur und die ARD war zum Einschlafen. Und deshalb habe ich aber das Gefühl, dass das bei Eurosport ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist verloren gelassen, Sie haben ihn rausgeschmissen, weil er auch viel Quatsch erzählt hat. Die beiden Jungs, die das jetzt machen, da fehlt mir nämlich auch die Emotionen. Und da habe ich fast das Gefühl, was ich jetzt bei der ARD gesehen habe, dass die mehr ins Mikrofon brüllen waren als die Jungs bei Eurosport. Das ist der aktuelle Stand. Wie gesagt, ARD habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Musst du mal reingucken. Also das finde ich tatsächlich, dass die momentan emotionaler sind als Eurosport. Also Eurosport finde ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Die haben natürlich, jetzt sind die aber auch das ganze Jahr am Kommentieren. Eurosport überträgt ja jede Rundfahrt und so weiter. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen schwierig, da immer die Sprechform oben zu halten. Ich weiß es nicht. Aber so ist es oft mit englischen Kommentatoren, wenn man zum Beispiel, also wir schweifen ab nur ganz kurz, wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen bin ich BBC-Fan eigentlich auch, wenn man die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gesehen hat, Deutschland gegen Brasilien 7-1. Da war die deutsche emotionsgeladene Sache schon sehr hoch für deutsche Verhältnisse. Wow, da kommt der kühle Norddeutsche auch mal in Wallung. Aber die Engländer sind ausgerastet. Ja, ich glaube, ich habe das tatsächlich mal komplett in Englisch gesehen. Genau, also falls das noch irgendjemand irgendwie die Möglichkeit hat, also Deutschland, Brasilien 7-1, darf man nicht auf Deutsch gucken, muss man BBC entscheiden. Gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Okay, aber du hast es dann versucht, auf dem Player zu gucken, aber mit italienischer Sprache. Ja, ja. Nee, aber das mit der ARD war gut. Und wie gesagt, ich beschränke mich da drauf. Also eine ganze Etappe schaffe ich auch nicht. Manchmal lässt man das auf der Arbeit nebenbei laufen oder so. So, so. Wo arbeitest du denn? Ja, ja, ansonsten, was hochinteressant ist in Sachen Doping, dass ja jetzt diese Ketone ganz innen sind bei dem Fahrradfahrerfeld. Ist ja kein Doping. Hat Lance Armstrong nochmal klar dargestellt. Ja, ja. Ja, und da ist er, glaube ich, auch ein bisschen wieder in seiner Situation über das Ziel hinaus geschossen, glaube ich. Er schießt immer über das Ziel hinaus. Aber es ist tatsächlich so, es ist ja legal, ganz, ganz interessant dabei. Also so ein Ketonsverhältnis. Möchtest du den, erklär den Leuten, was es ist? Ich weiß es selber nicht genau. Genau, Keton ist irgendwie so ein, auch, glaube ich, irgendwas Hormon. Also es ist eigentlich ein Nahrungsmittel, was, und das ist schon richtig, das ist so wie Kohlehydrate, Fett und, und was ist das andere, was man isst? Proteine isst man ja so, das ist also die Aufteilung, die man auch als Sportler meistens kennt, so und so viel Kohlehydrate. Und dann gibt es halt noch einen nächsten Nährstoff, der nennt sich Keton. Der wird normalerweise nie von außen zugeführt, sondern vom Körper selber hergestellt. Und jetzt gibt es eine Firma, die eine Portion Ketone für 36 oder 37 Dollar verkauft. Aber synthetisch erzeugt. Synthetisch erzeugt. Und das soll wohl einen Effekt haben, um schneller Ketone zur Verfügung zu haben, weil die Ketone werden wohl auch für den Fettstoffwechsel benötigt und man wird dann schneller und so weiter. Je besser man den Fettstoffwechsel da in Gang bringt und die Ketone sollen angeblich dabei helfen. Es gibt meines Wissens keine Studie, die das belegt, soweit ich das weiß. Und es gibt aber in der Tour de France Teams, die wohl 100.000 Dollar im Jahr für diese Ketone ausgeben. Und es gibt Teams, das Gegenteil, die sagen, wir machen es nicht, weil wir nicht wissen, wir wissen nicht, was das bewirkt im Körper. Und Langzeitstudien? Ja, es gibt keine Langzeitstudien, das Produkt gibt es jetzt seit ein, zwei Jahren meines Wissens. Es gibt gar keine Langzeit, gar nichts? Gar nichts. Ist nicht das für Diabetiker im Einsatz? Das weiß ich nicht. So schlau konnte ich mich auch nicht lesen, weil es mich auch nicht interessiert, weil ich ja eh gegen alles bin. Wie gesagt, das ist aber krass. Es gab auf einer Etappe jetzt, ist der Alaphilippe, das hat, glaube ich, auch Brunel analysiert, wenn ich das richtig erinnere, Alaphilippe ist in der Bergetappe. Und ich meine ja, und normalerweise in der Bergetappe lässt du dir Wasser anreichen von irgendjemandem, der am Rand steht oder vom neutralen Fahrzeug oder sowas, kriegst du Wasser. Naja, vom Rand nimmst du nicht mehr wegen… Ja, aber von den Neutralen. Von den Neutralen. Also von offiziellen. Oder von dem Motorrad, was da fährt. Oder von dem Motorrad, was fährt. Und der ist in dem Berg, das ist, glaube ich, diese 200 Kilometer, 4000 Höhenmeter Etappe gewesen, also auch nichts irgendwie Einfaches, ist der vor dem letzten Berg selber zum Auto zurückgefahren, um sich eine Flasche geben zu lassen. Okay. Und da ist der Verdacht auch, dass er da natürlich irgendwie eine Trinkflasche mit Ketonen sich geholt hat, die er sonst ja nicht hätte kriegen können. Es sei denn, der Mannschaftsbewegung hat. Das kann ich jetzt so natürlich gar nicht beschreiben. Aber der Verdacht liegt nahe. Und das ist wohl auch bei diesen Ketonen wohl, Anwendungszweck ist auch kurz vor Ziel, sich so eine Flasche reinzuholen, weil da bringt es auch was. Im Rest des Rennens brauchst du es wohl nicht zu nehmen. Okay. Und das ist so. Ich bin raus, Engo. Ich kann da gar nichts zu beisteuern. Das sind natürlich alles Mutmaßungen. Aber wenn ihr jetzt das Internet durchlest und so weiter, da wird jetzt viel drüber gesprochen und gemutmaßt. Und was ich ganz interessant finde, dass da auch einige Teamärzte sagen, machen wir nicht, weil wir wissen nicht, was wir den Fahrern damit antun. Das finde ich eigentlich positiv herausgestellt. Andererseits kann man auch keinen Vorwurf machen, das zu benutzen, weil es ja legal ist am Ende des Tages. Das ist wie Ibuprofen. Da nimmt man es halt. Wenn es erlaubt ist, ist es erlaubt. Ich finde bezeichnend, ich bin der Miese-Peter hier, dass in dem Podcast von Lance Armstrong Werbung gemacht wird für einen Shop, die auch Ketone verkaufen. Und Lance Armstrong sagt, das ist doch kein Doping. Ist doch so einem klar, dass das kein Doping ist. Nervt mich alles total ab. Ja, es hat ein Geschmäckle, muss man halt sagen. Er tut nichts Unrechtes, aber es hat ein Geschmäckle. Aber das wurde für die US Army entwickelt, das Zeug, um die im Feld fit zu halten. Also ich kann euch sagen, was auch für die US Army entwickelt wurde. Das waren M&Ms. Also ich würde gerne dafür sorgen, dass M&Ms Sponsor unseres Podcasts werden, weil ich die sehr mag, die sind nicht vegan. Warum wurden M&Ms für die Army entwickelt? Keine Ahnung. Ja, damit das nicht schmilzt, das Zeug, dieser Schwerbesbruch, den wir heute kennen. Wir werden von denen nicht gesponsert, was sich ab dem nächsten Podcast ändert. Lance Armstrong wird von jemandem gesponsert, sein Podcast, der Ketone verkauft. Und ich werde dafür sorgen, dass M&Ms uns einschreibt. Gehören die eigentlich zur Neste? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Bestimmt gehört alles. Also gehört auch zur Army. Nein, also das ist tatsächlich ein ganz diskutiertes Thema. Würde mich mal interessieren, wenn ihr da eine Meinung zu habt oder sonst wie das mit den Ketone. Vielleicht hat das einer von euch ja mal ausprobiert, keine Ahnung. 36 Euro für? Eine Flasche für eine Portion. Was heißt denn eine Portion? Das ist eine Flasche, das nimmst du dann im Wettbewerb. Du zahlst jetzt also eine Flasche für die letzten fünf Kilometer? Ja, ja. 36? Ja. Du trinkst diese eine Flasche und dann warst du das. Okay. 36 Euro weg und gewinnst oder gewinnst du auch nicht. Denk dran, eine Stange Cliff Bar Blocks kostet 1, 2 Euro. Ja, ja. Und 500 Milliliter Kohle auch noch 1 Euro. Also ich würde Variante 2 für den Hobbysportler empfehlen für die letzten fünf. Ja, aber das ist schon, und da sind wir wieder bei dieser Gratwanderung. Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Bringt es das überhaupt? Und dann diese Nummer, das mit den Fahrern oder auch die Fahrer selber was einnehmen, wo man nicht weiß, könnte das nicht doch krebserregend sein oder irgendwas? Und das ist schon ganz schwierig. Ich kann da gar nichts Cleveres weiter sagen, Ingo. Was habe ich hier noch aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist? Achso, es wurde Gravel gefahren. Naja, klar. Das habe ich hier, das fand ich gut. Ja, ja. Das hat mir Spaß gemacht. Da war natürlich auch die Industrie hinterher. Wurde nicht am selben Tag das Specialized? Ach nee, Specialized ist mit dem E-Bike, haben sie das rausgebracht, glaube ich, das E-Rennrad. Ja, bereits. Aber Gravel haben sie immer ein bisschen, aber wirklich feines Gravel haben sie diesmal genommen. Ich fand es trotzdem ganz witzig. Ich fand es auch ganz witzig. Hat mir Spaß gemacht. Und das habe ich übrigens nur audiomäßig BBC gehört und fand es gut. Ja, ja. Okay. Hast du es mitbekommen zumindest. Ja, ja. Also das hat so ein bisschen Einzug gehalten da, wobei es nicht das erste Mal war. Aber ich meine, die sind, also ich glaube beim Giro wird sowieso immer mal Schotter gefahren, bei der Buelta auch. Ja, und im Zeitfahren fand, das ist noch für die Laufräder ganz interessant, ist mir aufgefallen, dass die Movistar wohl Klinscher fährt mit Latexschlauch. Okay. Ganz interessant. Und Alaphilippe ist Scheibenbremse gefahren? Weiß ich gar nicht. Aber ich? Für welche Marke fährt denn der Specialized? Ja, ja, das Schiff. Ja, ja. Das hat auch Scheibenbremse. Aber hatten wir viele Diskussionen hier schon in unseren YouTube-Videos. die wir so produziert haben. Ja. Und das war so das, was mir so aufgefallen ist. Die Rennen waren extrem spannend mit Windkante und sonst wie. Und jetzt kommen die letzten drei Bergetappen. Also der Podcast, heute ist Mittwoch. Ja, Donnerstag. Der Podcast geht morgen live am Donnerstag. Und ich denke, die entscheidende Etappe ist dann Freitag. Würde ich auch denken, ja. Gut, und tatsächlich Sonntag muss man dann auf jeden Fall sehen, dass man mit einer Leiter vorm Fernseher steht, damit man auch über die Zuschauer hinweg gucken kann. Aber wer jetzt noch, also wer jetzt noch nach Paris fliegt und einen schönen billigen Flug kriegt, wo müsst ihr stehen? Ja. Am Ende von Rue de Rivoli. Okay. Wo es Abbieger gibt zum Place de la Concorde, dort habt ihr den besten Spot. Alles klar. Gut, dann sind wir jetzt durch mit der Tour de France und allen anderen Themen. Wer gewinnt sie denn jetzt? Das ist schwierig. Naja, wir sind jetzt hier in einem Lotto-Studio. Nun sag was, ich sag auch was. Also ich denke, entweder aller verliebt, Thomas oder Pinot oder… Nein, das war ein Scherz. Sag. Also das ist das Schöne jetzt. Also ich sage das jetzt nicht einfach nur im Namen. Der Stärkste scheint Pinot momentan zu sein, der eine Chance hat. Gerard Thomas ist nochmal gestürzt jetzt, wo man nicht weiß, was passiert. Emanuel Buchmann traue ich zu, in die Top 3 zu fahren. Gewinnen wird das nicht. Glaube ich nicht. Wäre natürlich krass. Wenn, dann doch. A la Philippe muss man gucken, ob der… Der hat ja gesagt, dass er jetzt, als er die Zeit verloren hat gegen Gerard Thomas, dass er einen Fehler gemacht hat, indem er rausgesprintet ist, dem Pinot hinterher. Und wer ist denn da noch? Bernal gewinnt das nicht. Also ich glaube, Thomas oder Pinot. Ich bin mit Gerard Thomas zusammen mal gefahren. Stimmt. Haben wir ein Foto hier? Nee, also ein Foto, was du geschossen hast. Muss ich hier mal… Freizeit. Da sieht man… Wer ist der Zweite nochmal? Hab ich vergessen. Steven Roach. Steven Roach. Auch Tour de France-Sieger aus Irland. Wann war das? 2014, ne? Da war er noch gar nicht so… Ich hatte dir diese Strava-Aktivität vorhin geschickt. Und zwar bin ich mit Steven Roach und Gerard Thomas zusammen von Dünnkirchen nach Roubaix gefahren. Okay. Konnte man sich einkaufen mit Profis. Und da wurde dir gezeigt, wie man über Kopfschmerzpflaster so fährt. Also es war jetzt nicht Paris-Roubaix, wäre ein bisschen lang gewesen. Dünnkirchen-Roubaix war irgendwie 130 Kilometer mit dem Support von Profis. Und da habe ich Gerard Thomas kennengelernt. Einen sehr, 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 sehr sympathischer… Also wo wir vorhin über Sympathie und wie Leute so rüberkommen, also wunderbar. Also ganz normal, ja. Okay. Hab ihn dann… Ich bin ja ein bisschen technisch nicht unbegabt, aber natürlich leistungsmäßig gar nicht gut dabei. Und wir hatten halt für die Etappe… Guck mal bei Strava rein, wie die Geschwindigkeit war. Wir hatten, glaube ich, irgendwie angegeben gekriegt, wir mussten mindestens einen 30er-Schnitt fahren können, sonst kannst du nicht mitfahren. Und Stephen Roach eben ist ja auch ein bisschen älter schon, ne? Aber das muss er auch alles abreißen. Guck mal, ob ich dir… Ob ich das… 164 Kilometer, 5 Stunden, 47. Da steht… Ach, jetzt muss ich mich dran. 164 Kilometer halt, ja. Und dann haben wir halt auch zwischendurch angehalten. Und er hat erklärt, wie man jetzt im Prinzip auf Kopfsteinpflaster fährt und hat sich… Also ich bin ja ein absoluter Niemand, ein Nobody, ein gar nichts. Hat er sich viel Zeit genommen, hat mir gesagt, hier, pass mal auf, du darfst nicht von der Mitte weg. Wenn du da unten drunter bist, dann… Was habe ich für einen Schnitt? 28,4. Habe ich ja fast die 30 gehalten. Ja. Und haben wir dann Kopfsteinpflaster-Training gemacht mit Gerard Thomas. Okay. Also es war super. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Und der war jetzt nicht schlecht gelaunt, weil normalerweise sind es ja so Sponsoring-Termine für die auch immer ein bisschen ätzend. Und war super gut drauf. Am Abend vorher gab es gemeinschaftliches Essen. Wenn ich dir jetzt sage, dass es auch noch ein gemeinschaftliches Duschen war, dann verstehst du es falsch. Aber die Geschichte decke ich noch kurz auf. Der Anekdotenkönig hier. Wenn du in Paris-Roubaix ankommst, dann gibt es dort diese historischen Duschen in Roubaix. Zu den historischen Duschen kommt man nur, weil man extrem gute Beziehungen hat. Also in diese alten Kabinen. Weil in den Duschkabinen in Roubaix, wenn du ankommst, da hat jede Duschkabine so eine Messing-Plakette, wo der Name von Siegern eingraviert ist, wo sie dann alle so sind, auch Degenkolb. Und diese alle, sie haben dann ja so eine Plakette. Und dann ist natürlich klar, dass wir alle, die die Etappe gefahren sind, waren dann eingeladen in den historischen Duschen zu machen. Wollte aber sagen, Gerard Thomas, was für ein Sympathieträger. Und auch wirklich, man, denen traue ich das zu, dass er das dieses Jahr nochmal gewinnt. Also meine Sache wäre, der hat erkannt, wo er Schwächen jetzt gerade noch hat. Aber morgen und übermorgen, Donnerstag, Freitag, denke ich mal, entweder, ja. Also meine Voraussage wäre, persönlich gönne ich es den Franzosen, weil es Zeit wird, dass ein französischer Sieg kommt. Deswegen gönne ich es mehr Alaphilippe als Gerard Thomas, weil er hat schon einen Sieg. Und auch er als Pinot, weil Alaphilippe wirklich viel Action gemacht hat die ersten Wochen. Ja, und ich kann es auch nur, ich kenne Alaphilippe, habe ich noch nie getroffen, persönlich. Also als ich bei Team Quickstep im Mannschaftshotel war und Paris-Roubaix mit denen gemacht habe, weil da war Alaphilippe nicht dabei. Also der kam ja viel später. Deswegen gönne ich es persönlich Alaphilippe, glaube, wie es so ist im Leben, dass die Franzosen nicht belohnt werden. Ich glaube, dass, aber das ist ja nur, das ist ein bisschen spekulativ. Das Schöne ist, wir werden es live erfahren. Ihr habt es im Podcast schon gehört, bevor die Etappe zu Ende ist, am Donnerstag und am Freitag. Gut, dann beenden wir es hiermit. Also was habe ich denn jetzt gesagt? Habe ich schon vergessen, Pinot, ne? Nee, du hast dich nicht festgelegt. Doch, doch, am Ende habe ich gesagt, Pinot macht es. Dass Thomas es nicht macht, glaube ich. Ich habe es vergessen. Aber dann sage ich Pinot und du sagst Thomas, dann haben wir wie ein bisschen zwei unterschiedliche. Und um was wetten wir jetzt? Ja, weiß ich nicht, das ist egal. Um veganen Burger. Ja. Alles klar, gut. Gut, also dann vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben bis hierhin. Hat ja jetzt doch länger gedauert. Aber es war uns klar, dass es lange gedauert mit der ganzen Historie. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dann vielleicht mal wieder mit einem technischen Thema. Und schreibt uns euer Feedback. Zu viel History Talk. Genau. Und allzeit gute Fahrt natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und genießt die Etappen, die letzten. Guckt euch die auf jeden Fall an. Tschüss. 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 Dieser guidance hat ein Eck 5, ich muss говорят,